Hallo. 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 Kann ich das releasen? Ja, bitte. Ja, bitte. Das ist ein bisschen der Hannah, oder? Das ist geil. Ach so. Da sind Morrison. Ich spüre, dass sie dich aktuell gesagt haben. Ja, Mann. Wenn sie dich getragen hat. Für einen fullen Tag auf die Lied. Nach ungroßer Heid. Dein Kopf war heiß. Dein Kopf war crazy. Was willst du trinken? Na? Mann, Mann, Mann. Welche davon? GameCube nur? Beide GameCube USB. Dann müssen wir halt noch die Pins ändern. Und dann da drinnen. Was ist das? Zum Glück habe ich meine... Auf eine GitHub gespeichert. Meine Konfiguration. Ach so. Ich muss mal meine... Ich habe zum Glück auch jetzt die Zwiegen-Layout und so alles aufgetappt. Hier unten hochladen. Mach mal den Code auch in der Art. Ja, ich muss erst mal... Windows ist halt scheiße. Ach so, das ist so was. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Oh. Komplex. Ja, das ist halt geil, wenn man... Das Betriebssystem ist halt eine Entschuldigung. Ich habe jetzt auf meinen... Wo ist denn das jetzt? Hä? Wie sagt das nicht? Ich verwundere Daten. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Weil... Wir wissen müssen, dass das genau das beste ist. So. Windows... What? Mit diesem wird das besser. Ja. Windows sehen wir neue. Viel besser. Ich bin jetzt so sicher, dass ich in dem Programm auch noch irgendwas abfalle. Ja, du musst da 50 Dollar durchgehen, dann. Ach so. Yes! So schreckt. Das ist feier, als Sie sehen werden. Jeden Song. Ja. Ein Spiel. Irgendwann deponiere ich hier einfach einen Milotkolben. Ich hab den jetzt schon so oft hier gebraucht. Ich brauche meinen neuen Milotkolben. Mein auf Kacke. Auf leider. 4 Euro. Oh ja dann. No. You're free. Hier. Wo ist die Kontrolle eigentlich? Ne, genau. Ich hab den gerade auch nicht nach Hause fahren, einfach mal sie auf den Weg. Ach so, wie ist die Kontrolle jetzt? Ja. Das wird nicht halten. Warte mal. Habt ihr eine BG-N-Würtkolben? War halt so fast, dass er da so eine Normal-Box-Ziebe schafft bekommt. Du könntest aber abwechselnd um Maxi spielen zum Beispiel. Nee, ich... warte mal... Ich möchte irgendwas, was light und klebt, aber mir fällt halt nichts an. Du brauchst auch gerade... Quecksilber? Ja, aber jetzt haben wir... Ist hier nicht irgendwie so ein... High Key? Ich könnte wahrscheinlich wirklich einfach bei mir auf Arbeit schnell reinsteigen. Und irgendwas besorgen, aber das wäre halt sau und nicht erlaubt. Besser auch wachsen. Aber wachs leitet nicht. Aber halt wenigstens. Hast du den... Warte... Ey, das wäre richtig fett, wenn das klappt, aber wir können Krapheen machen. Woraus? Auch so ein bleibeschen Tesafilf. Mechanische Exkodiation von Krapheen. Das ist eine richtig gute Idee. Ey, wie gesagt! Das ist eine richtig gute Idee. Haben wir einen Bleistift? Ähm, das hält irgendwo. Was ist noch... Legen Sie auf die Krapheen? Bäm! Kürzlichkeit. Wir haben einen Kraphe, wenn du das Kraphe nicht rausstest, oder halt das? Ja, ja. Das ist ein Kraphe, wenn du das Kraphe nicht draufstest oder hältst. Täsar-Kaphe da noch nicht? Täsar-Kaphe da noch nicht. Täsar-Kaphe da noch nicht. Täsar ist ein Kraphe, das ist ein Kraphe. Vielen Dank. 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 Sorry. Sorry. Stop. Okay. 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 Vielen Dank. Oh mein Gott. Er hat schief geschehen. Oh mein Gott. Das funktioniert. Das ist scheiß aller Zeitgeweinheit. Das ist ein sehr besser. Einfach was zu machen. Entschuldigung. Du wolltest nicht mehr. Jetzt ist es ein sehr guter Kabel. Wir haben uns umgedeckt. 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 Und das hat geklappt. Und das hat zu lassen. Wir haben uns umgedeckt. Vielen Dank. Das geht Bescheid, Weißer. Das geht Bescheid. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Ohne Soße? Ohne Soße? Barbar. Einen Saft? Hast du schon mal Döner gegessen? Einen Saft? Da hast du überhaupt einen Saft drin? Ja, aber das ist vielleicht der Döner. Ja, aber ist wirklich guter Döner? Möchtest du lieber Döner? By the way, leider ist offen, falls jemand ausgeschieden ist. Ja, wenn die ausgeschieden sind, aber keiner ist ausgeschieden. Deswegen. Ja, ich will jetzt einfach. Ja, okay. Ist das Tragenswert oder so ist es dann? Das ist immer ein Gamble, was du für einen Peach nimmst. Ich bin ja noch eine Karte. Ich glaube, die sind ja gleich. Ich bin ja noch eine Karte. 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 Kann man ein Karte jetzt? Ich weiß nicht. Ich gucke mal, ob ich so ein bisschen auch etwas mitverschneiden würde. Weil das ist so ein Karte. Ja, man muss ja noch ein Karte. Ja, man muss ja noch ein Karte. Ich bin ja noch ein Karte. Zeig. Er ist so ein Karte. Ja, er ist so ein Karte. Wir machen mal Knopf auf. Kannst du mal einen Knopf gemacht? Ich habe gleich mit einem Down-Fress, dann gibt es der youtubers. Ja, so. Mhm. Ich bin ja noch ein Karte. Wann hat das? Ja, nein, ich bin ja noch ein Karte. So wie sie sind. Was ist das für mich? Das ist für mein Karte. Hat das für mich. Wie ist das für mich? Nein! Danke Leute! Das ist schon bald! Arm on 3, thanks! Arm on 3, thanks! Ich bin sehr viel mit dem Flash! Oh! Ne, also schon erst ein Blick hier auf den Knack. Ne, ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Nein! Vielen Dank. 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 Danke, danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. 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 Bei den alten Lios halt, ne? Also da hat er halt gearbeitet. Er hat die Kellner, er hat nicht mitgespielt. Ne, der ist halt beim Gleko mit dabei. Ja, auf jeden Fall. Er war bei den Windwimms direkt mitgespielt. Auf jeden Fall, bei allen Windwimms habe ich mal gegen den Pools gespielt. Und bei den ganz alten Meltdowns wie dir und so, als ich das 2013 angefangen hatte, der Meltdown, da hat er da ja gearbeitet und uns da reingebracht und da hat er auch mal... Holy fuck! Dieses Standbild ist so cursed. Standbild kommt ohne Games. Bobby Junger. Aber es ist so einfach jetzt. Wir müssen einfach gar nichts mehr bei Oberhelf machen. Wie heißt Bananen-Karlata? Samen-Barmel. Wie spielst du? Die. 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 Gibt's Könige? Der König von Hyrule. Gibt's den? Ja, bei Breath of the Wilder Side Skies. Was war das für ein Arschcraft? Ein unsolicited Arschcraft. Ich hab irgendwie schon instruiert, dass sie die nächste Woche ja nicht vergessen darf, uns zu raiden. Ich kann doch nächste Woche halt noch kommen. Ja, aber dann kann sie uns nicht raiden. Kommenzieren einfach. Ja, wisst nicht, also wie mit die Krone halt erstmal so ein bisschen. Also ja, wisst nicht, was sie wieder aus dem Boden hüpfen. Wenn jemand nirgends kommt in den Zuhlern. Dieser Hardworking Bodybuilder. Aber letztes Mal hat sie sich ganz nett entschuldigt. Ich hab noch keiner mehr gesehen. Wie jetzt? Es war da und hat gesagt, dass es ihr leichter, dass sie es nicht geradet hat, sondern jemand anderem. Ich bin schon geradet. Ich glaube, sie hat sogar Carpe geradet. Ah, sie hat sich geradet? Naja, das ist fair. Phil ist unser Boy. Ah, Wall jumped off. Wohntag um 18 Uhr ist Anmeldung. So wie jede Woche. Ja, man. Let's go, young. Kommt dann wieder? Ja. Wann ist er gepustet? Nice. Der hat sich vorgestern gesuchtet? Kann sein. Mit Hele gestern, ja. Au. Dann hätte ich eine F-Snipe gemacht. Ganz glücklich. Tja. Ist Arthur im Chat? Ne. Ich glaube, ich habe ihn noch nicht gesehen. Nein. Sichtlos im Chat. Oh, let's go, Julian. Oder war Haramboi. Haramboi 9 ist fertig. Er ist überall. Das kostet mich heiß. Und deswegen bestelle ich das nimmig. Es bleibt nur noch Fleisch. Nur noch Fleisch. Ich bin mir vor, dass er noch eine Soße ist. Ist das so furchtbar denn? Das ist keine Soße, keine Sorge. Keine Soße, keine Sorge. Keine Soße, keine Sorge. Ähm, willst du warten? Ähm. Wollen wir noch auf Losers warten? Kann auch. Dann ist Stefanie, warum werden wir noch für Losers? Bei Kids on the Wrestle? Das finde ich besser. Okay. Wir haben, du musst gegen Alex oder Juggles. Und, ey, ich will auf jeden Fall einen Scream haben, Maxi gegen Bananen. Ja. Hä? Ich würde sagen, ab so Hauptsächs auf jeden Fall ist alles aus dem Scream. Da ist so viel Zeit. Warte mal. Warte mal kurz. Okay, ich dachte kurz bei Maxi steht null. Warte, du kannst ja mal dies. Mal gucken, wo ist der Bildschirm daraus? Achso. Auf dem Bildschirm läuft der Scream. Dann sieht den Chat nicht. Ja, aber kann denn hier raus? Jan ist da. Jan ist da. Wer ist sehr klein? Der ist normal so. Er ist halt kein scheiß groß, ey. Das stimmt. Klar, ne? Wer ist noch als im Chef? Sag mal. Ist Tuf Cup wieder da? Ne, der ist nicht da. Spielt ihr das auch? Na? Tuf Cup? Ne, aber der ist manchmal hier und gibt Subs. Ich kenne Tuf Cup nur, weil der mir alle Subs bisher geschenkt hat. Ja. Der ist glaub ich auch drauf bei Özgür, weil Özgür ist wegen glaub ich auch drauf. Oder er spielt auch. Wie viel Geld hat der Mann? Wie viel hat der Mann? Wie viel hat er dich gesubtet? 75? 75 mal. Mal 5? Da müssen die Subs. Ja, mal 5? Mal 50 Euro. Ja. Ja. Aber das ist ja ein Monat da. Eigentlich über die ganze Zeit. Ach so. Ja, okay. Nee. Das könnte auch eine, eine Non-Binary Existenz sein. Oh, jetzt werden neue Szene zugefügt. Stats? Ja, ich hab... Ich hab... Was war's? Das ist ja das für ein sickes Interface, sag mal. Das ist völlig jenseits von Hut und Böse. Gib mir die Stats. Ich bin so gespannt, Mann. Ich hab meinen Stream jetzt auch auf 1080p umgestellt. Ich hab mich auf 27 gestreamt. Und dann hab ich rausgefunden, dass ich auf 27 streame. Und hab gesagt, ah krass, ich kann auch auf 1080p. Und mein Computer macht das mit. Jo. Aber die Webcam ist, glaub ich, nur 27p. Das macht in der Webcam keinen Unterschied. Ja, aber die Webcam ist ja egal. Ja. Ist ja nur so ein kleines Fest. Ja. Ich hab auch eine Szene, wo die Webcam dann drohen. Ja, dann machst du... Aber dann verdrohst du halt, du Leute. Dann muss man nicht... Das stimmt. Ich mach da manchmal Drogen, aber auch... Das stimmt. Ich mach da manchmal Drogen. Manchmal spreche ich Drogen aus, ja. 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 Ja, guck mal, ob das jetzt funktioniert. Ja. 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 Maxi, was machst du da? Nein. Oh Gott, Alex, was machst du da? Das ist Alex? Nee, Anni. Okay. Anni, was? Nein, Anni! Ich bin nicht mit, weil die Inkontroller sehr, sehr so... notgürftig mit Graphen gefixt. Mit Graphen, Alter. Stats, Aula? Stats, was? Stats, Aula? Input per Minute fast 500 bei Consky Home. Alter. Fast 500 Input per Minute. Dang. Echt? Zeig mal aus dem Set von Maxi und mir. Nee, das sind immer die letzten drei... Maxi hat safe mehr als ich. Ja, ich kann immer die letzten... Wolfgang gibt voll gut Pannys. Ja. Peach? Auch? 49% Minuturans von dir. Aber nur, wenn man es will. Jörg, ich glaub ich komm bei der 600 Anmeldys zurück. Ich hab auf jeden Fall so... Du kannst ja bei Unrank kannst ja auch in dem Slippy Launcher nachgucken und da hab ich auch Games, wo ich irgendwie 650 oder so hab. Ja, das ist wirklich ... Wenn du so gegen irgendwelche Leute spielst, die überhaupt nichts machen so, dann kannst du so... Okay, alles klar, das ist ... Oh shit. Das war die... Danke für den Sub, Alter. Das war die... Danke für den Sub, Alter, ist echt krass. Ey, Welt braucht das. Weil Welt muss das Rekord. Ich hab ja jetzt zwei neue. Ja, weil wir hatten keine Sub, Alter. Stimmt, du warst ja da. Aber die Drehung ist ganz wichtig. Ja, auf jeden Fall. Wir brauchen halt... Wir brauchen das mit Welt, Alter. Eigentlich brauchen wir das von Motohant selbst. Ach so, warte mal. Das danke für den Sub, Alter, ist echt krass. Ja, danke für den Sub, Alter, ist echt krass. Jetzt ist es bei uns hier in Berlin. Echt, nice. Und bei Follower selber, wo Arthur was erklärt hat, irgendwie richtig scheiße, und dann... Was? Was? Das fing nach Arthur, aber was? Der wollte irgendwie was erklären, und dann hat er einfach abgebrochen und... ... und... Leute, ich will euch nicht von einem Gespräch abreißen, aber Alex will es sagen. Das... Weil er gerockt wird von Mekele wahrscheinlich. Na, okay. Die sind nix, der so frott. Ich bin ja großer Fan. Oh mein Gott. Ich bin auch großer Fan von der Alex-Same. Ja, Mann. Von der Same-Fälle. Von Smalex. 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 Yo, das ist nix. Oh mein Gott. Ich wünschte, ich wüsste, wie es steht, und ich stehe auch im Stream. Ich hab so viele Wünsche. Banane. Gib mal Update. Wie steht's da? Dennis, ihr habt, wie sie macht. 2-2. 2-2. Oh shit, lass. Soll mit dem Chat eigentlich... Kannst du das Mikrofon mir in die Hand geben oder so? Das ist so rumläufig. Ja, das ist so. Das ist so. Aber wir müssen so lächerlich schnell reden, wie früher Leute geredet haben. Ja. Meist mit so einem metallischen Ton noch dazu. Äh, man kann das mit einer Kippenschachtel nachmachen. Ja. Okay, äh, anyway. Wir sind Game 5 zwischen Michele und Alex. Äh, Alex spielt Samus. Oh mein Gott, Freunde. Äh, Banane hat uns informiert, dass es Game 5 ist, weil er ist natürlich... Er guckt bei jeder Samus zu, die es hier gibt. Und wir sind auf Battlefield in Game 5. Und der erste Stock von Michele geht direkt flöten. Wow, mitten in die Rakete rein. Kannst auch nicht so richtig viel machen mit Falcon Rust. Projected Path, wenn du recovers. Also ich meine, er war halt in der Down-Bee sozusagen. Ja. Exakt, exakt. Und jetzt, äh, ja, keine Ahnung, der erste Stock von Michele ist auf jeden Fall flöten gegangen. Und jetzt schön mit dem Spot-Dodge, konnte Alex nicht ein bisschen austricksen. Und jetzt sind sie auf der Mitte der Stage. Alex, mh, ein bisschen zu viel in der Luft für meinen Geschmack, weil Samus ja vor allem mit dem Fuzzis auf dem Boden ganz gut drauf ist. Aber, ähm, der Stock ist noch nicht weg. Er hat noch eine Chance, zurückzukommen. Oh, und er kommt mit der Kette an die Kanne. Oh. Der Aschetech? Oh mein Gott, Alex, richtig gewagte Manöver an der Letzte. Aber Michele konnte noch nicht capitalisen. Jetzt aber nie aus der Center Stage. Mit einem, äh, mit einem Run-Up-Short-Hop-Knee sich des ersten Stocks verleihen. Und ich konnte wie viele, komm mal her, konnte wie viele Prozente hat Michele gerade? Ich sehe es nämlich nicht. Es sind 60. Es sind 60. Okay. Und diese Rakete hat hinten getroffen, so, da wo das Feuer rauskommt. Und da ist eine Soft-Rakete und, oh, er hätte fast in die Soft-Rakete reingegottet. Oh, Jesus. Marios. Ich glaube, ihr habt, aber... Okay. Alles klar. Lagen hier. Rückelage. Hier in der, in der, in der, in der, in der Arena. Die, in der Arena. Die, in der Arena. So. Und Alex jetzt am Recovern, aber schafft er auch. Michele schafft es nicht zuerst gerade. Das sieht wirklich gut aus für Alex. Das ist ein D und das ist nicht noch ein D. Also, ich glaube, wenn, wenn Michele das jetzt fliegt einfach, dann, äh, dann... So, Heide stolpert über die Einrichtung. So, das ist ein Spiefer-Einsatz. Wir haben einen Trailer. Was ist das Wort? Du meinst ein, ähm... Ein Flitzer. Ja, ein Flitzer. Ja, Mann. Das ruf ich beim Bierball immer, wenn jemand... Alle sollen zu Hyfniss kommen. Kommt alle zu Hyfniss? Auf jeden Fall. Danke, Irfan. Oh, er geht für Jab Reset. Weird Champ, wenn du mich fragst. Aber manchmal ist es so. Oder ich muss gegen Malzi, oder? Ja, jeder trifft. Äh, das ist im Moment alles egal, Maxi, leider. Oh, da? Egal. 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 Das Mikrofon wieder? Immer noch. XD. God damn. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Ja, muss mal gucken. Ja, dann kann ich das so. Oh, noch mal, mein Gott. Maxi spielt mit Noise-Fans den Headphones, damit er sich den Hate nicht anhört. Ja, das kann doch sein, dass irgendwas in der Nähe stört. Das Hacklegen bei sieben Leuten. Oh, das ist so. Oh mein Gott, das war Braus. Ja. Oh, nein. Na, wie? 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 Das sieht richtig klingisch. Das würde ein Handy an einem alten Fernseher halten. Ah, okay. Das würde ein Handy an einem alten Fernseher halten? Ja, das würde so spät, 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 spät. Oh, nein, so Techno-Sounds. Haben die... Sind das Psycho-Kopfhörer? Oh, shit. Achso, das sind Psycho-Kopfhörer. Sind das die schon die ganze Zeit? Keine Ahnung. Ein Satz? Hey, Jojo. Ist es besser? Ist es besser jetzt? Jojo-Live. Was geht? Technically true, I guess. Bis zu dem traurigen Tag irgendwo nicht mehr. Jojo lebendig. Ich glaube, Jojo... Oh mein Gott! Ich glaube, Jojo wird ewig leben, tatsächlich. Ich glaube, Jojo wird ewig leben, tatsächlich. Ich glaube, tatsächlich, Jojo... Ich bin mittel-Unzettel. Jojo wird wahrscheinlich jetzt schon so 400 sein, zum Zeitpunkt. Jojo ist eine Rache. Er ist nicht zwölf, das ist ein Rache. Treibhaftjahre. Larry ist mit Christ. Larry ist durch dich. Schmale, ey. Schmale. Schmale, David. Mal da. Marlington. Mein Mann. Mit den Icicle Escalators. Und das 1-3-Stack-Cupback. Schaut euch mal die Sorgen. Backthrow. So high. Oh, oh mein Gott. Ist das Pause? Ist das Eisens? Keiner weiß es? Oh! Ist ja beschissene Fox, wenn der so die ganze Zeit Schöne und Up-Ears macht. Und der Samoser haltet sich so über die Stage für so eine Todesspiellahne. Pause. Mal sehen wir mal wieder. Mal sehen! Mal sehen wir mal wieder. Mal sehen... Wichtig! So kommen sie auf den Summit. Sie haben ja nicht mal so Pick-Axe oder sowas. Heißt, sie haben einfach so eine Hammer dabei, for no reason. Eigentlich finde ich das eigentlich nur ein bisschen. Sie sind eher so Ice-Wanderers. Weil, was sollen sie denn? Kleinen? Aber sie haben einfach das Belay. Die heben immer sich gegenseitig. Ja, sie werfen sich so den Berg hoch. Mega-crazy eigentlich. Das ist so Sport. Das ist so Sport, ja. Die Eisis liegen ja nix. Das sind bekannte Kinder. Das ist nicht mehr da so. Das Wait ist ja festgelegt. Zum Glück wissen wir solche Sachen ja. Everyone is here, Jojo. Jeder ist da. Jojo, weißt du, wenn du hier wärst, wüsstest du, wer da ist. Stimmt, Jojo, warum bist du nicht hier in jenem Moment momentan? Kirachi? Detektiv Pikachu? Auch heute ein Kanarachi? Wie? Detektiv Pikachu? Niemand ist dabei. Das war schon frech. Das war schon frech. Oh, okay. Not gut. Oh, das schrinkt, Alter. Oh, mein Gott, Marley. Gott, Marley. Das ist so cool. Magi Yang scheint. Das könnte auf die Seite sein. Das ist cool. Es ist so cool. Es ist so cool. Ja, das ist so cool. Das ist so cool. Ich finde tatsächlich, dass das, wie Mali spielt, wahrscheinlich sehr für Soko funktioniert, weil halt so, ich habe das Gefühl, die meiste Zeit macht ja eh sehr viele Sachen, die einfach nur Soko mit noch einem extra Levelstrand ist. Ja, ja, das ist Soko, das ist das RNG, der RNG-Charakter. Ah, ein Pai, das ist auch dein Pai. Ich glaube, sein Soko wird wahrscheinlich, oh, ah, sein Soko, sein Soko ist der Sobe, den wir gerade sehen. Oh, nice. Macht Mali manchmal so den Jeyes, den er gewinnt? Ich würde ihn so einschätzen. Ja, alle rechte Spieler sind derselbe Menschen, aber er muss es nach. Steve mit Soko, und der 2. Ich lasse den, was hier. Sie geliefert auf der Stage. Ich soll Liebergrüßen sagen von Jan, dem Dritten, mit dem ich erst dann kurz gespielt habe. Er ist von Booster Shot richtig zerstört, aber er macht jetzt alles für uns, für die Kids. Nein, du hast ein King. Wirklich ein King. Und nächstes Mal ist er wieder da. Hey, es war wirklich der King. Jedocé. Jan, der König. Jan, der Königliche. Ja, ich habe mich dann tatsächlich schon begrüßen lassen. Von meiner guten Freundin Juiko, die gerade nach Becken gezogen ist. Oho. Und dann bei Jans Bewohner untergekommen ist. Nein. Homie. Weil ich dem, die ist ja eine Gruppe von hier. Okay. Und ich habe dem Jans Zimmer halt, weil das ist eine Zimmer in Jans Wohnung gesorgt damals. Ja. Wir wohnen eigentlich alle Smasher über so Zweiecken zusammen quasi. Eigentlich schon. Also Maxi und Marius zum Beispiel auch. Ja. Ich zum Beispiel in Lieb. Marius wäre fast bei mir eingezogen. Marius? Ja, als er stattdessen dann zum Auf-Target gezogen ist. In der Zeit hatte ich ein Zimmer frei und es hätte so fast gekauft. Ey, also wirklich? Das ist so an so Details gescheitert im Prinzip. Aber wenn er wohnt. Let's Smash ist einfach eigentlich eine... Eine große Gegend. Aber was ich meine ist, ich glaube über so vier Connections. Man kennt ja so über sieben Connections jeden auf der Welt. Oh, Tuff Cup was da jetzt. Aber ich glaube über drei kennst du die gesamte Smash-Convention selbst. Ja, auf jeden Fall. Du kannst Nicky hier und das war's. Tuff Cup was da jetzt? Tuff Cup? Tuff Cup 21? Ey, ich glaube ich also zu viele von den Amis die Nicky zum Beispiel nicht kennen. Die würden zum Beispiel ich kennen, weil ich ja am Running the Sport bin. Oder Eis. Dann ist man so. Der Toff hat ja alles. Oder? Zum Beispiel Toff. Ja, ich habe aber mit Toff ein bisschen gechillt im Jahrfang. Toff? Toff. Toff. Hey fuck. Ich habe mich mehr gewundert über die Aussprache. Ich weiß wer das ist. Torf. Torf. Chris. Torf. Christoph. Ich wurde ja in diesem Melee-Podcast einmal aufgeschautet. Oh nein. Weil es gibt scheinbar einen anderen Komobi. Wirklich? Ich wusste das auch nicht. Heißt du deswegen wieder Konati? Komobi aus Colorado oder so? Komobi aus Colorado? Es ist ja so weird. Es sieht besser aus. Es ist aus irgendeinem anderen amerikanischen Staat. Und Toff war so. Wow, you mean the German Kabobi? Und er so. Na, warum komm ich aus California? Und irgendwie. Irgend so ein Bundesland in Amerika. Oh nein man. Wie nervig. Und dann meinte Toff so. Ja egal, dann schau doch irgendwie ihn aus. Dann hat er gerade geschaut. Das war sehr sehr einfach so. Ja, das Toff ist einfach ein Homie. Er ist schon ein Homie. Er wirkt einfach ein wichtiger Homie. Wie so ein Bro. Ein Bro-Homie sogar. Ein Bro-Homie. Ein Bro-Homie. Er ist ein Bro-Homie. Oh. Nicht schon wieder. Schon wieder. Oh nein. Oh mein Gott. Macht's. Es ist ja echt krass verwirrend nur hier das zu sehen. Es ist so cursed, Digga. Wenn das Spiel aufhört, dann steht das Bild im Spiel des Game. Das ist so cursed. So ist das. Du gehst ja im Game und da stehen die Charaktere noch auf der Stage und so. Aber. Ja. Das tut mir leid. Aber es steht nur ein Charakter auf. Sehr. Oh. Komm schon, Nana. Bisschen dumm. Das war noch so. Ja Digga. Weißt du was geil wäre? Dass wenn du im Star-K.O wärst, könntest du noch so Nana controlen für eine Sekunde. Ja man. Und dann noch einfach so rumlaufen und was anderes. Nooo. Wenn man einfach Deep-Heads drückt, dann hat man den Kopf. Na das wär's dick. Das wär sowieso ein Mega-Type. Das Ende war etwas gemacht. G? Du meinst, wenn du den Main-Ice-Clammer switchst, dann müsst ihr auf Deep-Head drücken. Das wär insane. Du könntest mit Combo. Oh. Deine eigene Pros halt prediksen. Du würdest halt sowas pro, Nana wechseln und dann reprise. Das wär auch kurz bevor man stirbt einfach. Das ist der Bastard. Kurz bevor man stirbt einfach ändern, damit der... Ja das auch. Aber halt viel krasser mit Combo. Du könntest mit der Wobble. Hacks. Hacks. Lass uns hoch. Okay. Als nächste Gameplay-Option. Marley, jetzt kannst du Ladder spielen. Hey nice. Spielen wir jetzt Ladder oder was? Äh. Wir schon mal. Wollen wir das nicht on-stream haben. Maxi gegen Banane. Er spielt gegen alle. Ja. 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 Ich hab die Hände. Leute, Ladder ist offen. Ladder ist offen, Leute. Na, 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 na. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Äh. Ich brauch nur einen Samen. 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 Ja. Ich hab nur zwei Attentings in der Welt. Ja. Kannste ja machen. Vielleicht gehts das so los. Möglicherweise nicht. Vielleicht auch nicht miteinander. Gucken wir mal. Ja. Vor vier Jahren wollen die, dass ich nichts aufbauen. Oh mein Gott. Ich hab auch noch einen Team-Mate. Ich hab auch noch einen Team-Mate. Ja. Ja. Maxi? Ja. Weißt du, ob wir noch Korn-Store haben? Was haben wir? Angesellten, du weißt, wenn wir noch Korn-Store haben? Angesellten, du weißt, wenn wir noch Korn-Store haben? Korn? Korn. Okay, ich spew mal. Vielleicht bin ich ein Gegenwart. Ich glaub das schon, doch. Aber nicht sicher. Nächste Frage. Wärscheinlicher als unwahrscheinlich. Glaubst du auch ein komplettes Regal Dirty-Hop-Store? Okay, Korn-Store, dann lass uns jetzt spielen und die beiden dann an Ja! 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 Maxi? Ja! 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 Da fühlst du nichts. Ja! Wir wollen hier! Geggen... Lenfuse, aber ihr könnt's gleich warten. Ja, ich bin auf Fี und dann ganz gut. Kann man auf. Kameraboh? Was ist hier passiert? Er kommt sich in Samus voran. Schnell. Einfach schnell. Schnell nochmal. Ich hab immer das Cookbook. Das Discord Cookbook. Ich hab den nicht consulted. Machen wir nie es von Konstantin. Ist das Tag automatisch, wenn man da drüben hat? Ja. Er hat 1.04 als Tag. Das ist das Ingame Tag. Ja, das ist der Ingame. Das kann man glaube ich nicht aufhalten. Nice. Side B. Rappte Corona-Gust. Kobobi-Gust. Nochmal um das für den Chat klarzustellen. Das ist nicht Kobobi aus Colorado. Das ist Kobobi aus Shalomu. Große Rolle. Schnell. 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 Und... Ah, hab ich falsch rum gemacht? Oh, ich hab falsch rum. Oh no. Embarrassing. Animal Rights. Auch heute schlechter als die Marmelade aus Bananen. Wenn ich mir das angucke, dann liegt es mir schon so ein Ding. Nice. Oh. Nee, ich hab's falsch eingetragen. Ich hab's falsch rum. Oh. Okay, das ist... Oh. Oh. Oh! Oh. Oh. Ich hab's gemacht, für einen Winterfemester zu machen, hab ich das auch mal eingestellt. Dann ist man noch kurz im Winter noch so, wenn ich nur für den Abend bin, dann ist das schön. Was tröße bei einem noch besser als Jünger? Werfen? Ich bin ja hier. 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 Die leckeren Braun. Alter ist das gut. Wie gut. Alter. Das ist die Boxskills. Ist das halt, das Match vom Lockdown? Merkt man ja was. Der Pupsmatch. Wenn man Step-Down drauf macht, dann wird es ja... Oh mein Gott! Der Pupsmatch. Ist das nicht der... Der Pupsmatch. Das ist die ganz schlechte Dementschaft. Das ist ja... Oh! Jetzt bin ich getestet. So, Pupsmatch. Das ist normal. Okay. Okay. Dann packen wir. Hier raus, gerade. Wenn wir... Alles ist okay. Ja, dann nehmen wir auf den Rest. Wenn es eine Keilung ist, wäre die Idee passiert. Wenn du siehst, dann überlegst du dir auf die richtige Hand. Die Kamera ist ein bisschen... Also, man sieht sehr viel von diesem Schussordner. Ja, ich weiß. Sagen wir mal... Ich glaube, wenn man den weglegen würde, dann wäre es schon anders. Ja. Super, sehr gut gerade. Jetzt ist sie sehr tief. Jetzt sieht man nur... Das ist viel Schritt von den beiden. Das ist so. Das ist ein bisschen Lüfte. Das machen wir hier so. Nicht, dass es... Blut-Thoughts produziert. Nein, Jonas ist hot. Davon kann ich nicht... Ich spiel das durch. Nein. Okay, dann... Dann finden Sie es nicht. Genau. Es ist nicht valid, was du sagst. Es gibt jemanden auf einem bestimmten gebrochenen Skill. Also, da kann ich jetzt wirklich aus der Fall schreffen. Das Problem, dass sexualisiert werden offensichtlich egal ist. Es ist jeder da drin. Sexualisation führt sich jetzt... Ah! Also, man sexualisiert nicht mehr. Es ist schon sexuell. Genau. Es ist wirklich sexual. Du bist sexual. Du kannst dich selber. Was kann ich denn dafür? Das stimmt. Überhaupt nicht. Das ist auch immer die Andere. Warum ich hier bin so groß. Toll. Weiß nicht, wie du das Mäsch. Wenn du 10 plus plus machst. Wenn du 10 plus plus machst. Das ist 18 von 20. Wo ist das? Warum? Weil du dich noch nie auf dem Job auf hast. Und du die Formulärsparte litt, für die nicht kannst. Und den Job kommst. Das ist the white privilege. Ich hab nähe. White privilege. Also, ich dachte, du hast heute eine tatsche. Das wissen die in der Ebay. Bis jetzt denkst du noch für eine Frau, sie sagt immer so, kein Geschäft, das ist voll lieblich. Ist das? Ja, ja. Ja, also schreib mich immer mit Dollar. Ey, das passiert mir jetzt. Das passiert mir jetzt. Und das ist voll lieblich. Weil alle Leute sind immer sehr öflich zu. Mit CH? Mit CH. Oh mein Gott. Bei deinem was? Bei Twitter. Achso, das kommt von früher. Das ist aber krass. Das ist so. Du musst dich einfach auf ebay gewerben. MECs und Microsofts. Sie kennen mich. Ja. Sie kennen mich. Sie kennen mich. Sie kennen mich. Bei mir. Bei mir. Ich hab die zickesten Scheibe. Bei mir. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Du musst mal noch den Twitch-Alert machen, weil TuffCup hat gesubbt. Oh mein Gott, TuffCup21, vielen Dank für den Sub. Das ist ein cooler Move von dir, den ich nur anderen Leuten auch ans Herz legen kann. Wenn man hier Sub hat, ist man immer auf dem neuesten Stand. Wisst ihr, eventuell könnt ihr auch einen kostenlosen Sub haben, vielleicht wirst du das noch nicht. Oh mein Gott, ja. Wie macht man das? Du musst auf Amazon gehen, gucken, ob du Amazon Prime kostenlos hast und das dann mit Twitch verbinden. Dann kannst du einen kostenlosen Sub haben. Oh mein Gott. Und an wem geht dieser Sub von dir? Das geht jedenfalls, geht das Geld direkt von Jeff Bezos zu uns. Oh mein Gott. Da sage ich nicht nein. Vielen Dank. Wenn ihr Fragen habt, schreibt TuffCup. Der ist gerade loser Sammy, also nach dem Set nur noch zwei Sets. Und eventuell später noch andere Sachen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Shine Up Smash. Du wirst zu einem der vielen Sterne auf Front of Dreams. Aber manchmal ist Banane hot und ich glaube er kann coole Sachen hier machen. Zum Beispiel. Spot Dodge, Don't Smash. Einfach mit näher so runtergekommen. Ich vermisse halt diese Shield into Up Smash. Äh, Abbie. Die halt Banane immer gerne gemacht hat. Was? Auf wem machst du das? Nee, die Baumwollung gab. Achso, ja. Damit hat er mich heute hundertmal getroffen. Stimmt. Achso, der hat ja gar nicht Samus gespürt. Ja, der gemacht hat. Deswegen war das auch so knapp. Oh, schade. Das hat beinahe noch ganz am Ende den Side-Degel kaputt. Okay, nice. Wie wenn die Schrecklauße ist, Banane oder Banane? Jawoll. Yes, das ist der... Nein, nicht in die GetUp Deck laufen. Schön. Jawoll. Setup. Ach, der Down-Zmisch. Ich glaube, der Jab war zu viel. Direkt Down-Zmash und das Kombu. Ne? Da war dein Abbie. Du hast ihn verpasst. Ja, aber war doch schön. What? Was für ein Angle? Auf der Box auch noch so knapps Überlänge? Trink. Ja. Man benutzt meistens vier Engels bei der Box. Man benutzt meistens vier Engels auf dem Game-Controller, außer man ist wirklich nicht so scheiße wie ich. Die Box hat ja mehr, aber man benutzt eigentlich nicht alle. Aber das sah auf jeden Fall aus so schräg hoch. Also mehr schräg hoch, als einfach nur mit fünf und schlagen. Nice aus. Oh, mein Gott, die Rollbacks. Blup. Oh, das war schön. Der Shark hat ja nicht gekroffen. Banane? Hält das Ganze? Hält aber der F*** mit? Oh, als ich das sage, es tötet er. Es tötet ihn die hohe, aber dennoch tödliche Decke von Farn und Fäbsel. Oh, das war sick, wenn es absicht war. Ich glaube nicht. Er hat keinen nicht runtergehalten und deswegen ist der Fall in Ledge gekommen. Nice, die Graboos. Go down. Yes, covered the Side-B-Winkel. Sehr schön. Und? Ja. Das ist doch falsch. Okay, Laster. Relativ easy. Oh, Banane mit dem Zettel in der Luft. Schön. Sauber. Abzählst, erst gewöhnlich viele Rollbacks bei uns. Schöne Färs. Okay. What's happening? Okay. Abwehr. Oh, die Abwehr-Tötung. Weil, wirklich, ja, obwohl das ein Stage ist, die doch noch relativ hoch ist. Crazy. Die Frage, wie lange es heute noch bei uns geht. Also, es geht auf jeden Fall noch ein bisschen. Aber das hier, ich glaube, im Bracket haben wir noch. Hier noch Winners, also Grand Finals, oder nicht? Nee, das ist Winners, oder Lusers Anis. Ja, aber haben wir nicht Winners schon gespielt? Ja, Lusers Final und Grand Finals. Achso, ja, Lusers Final und Grand Finals haben wir noch. Also noch ein bisschen. Und Leute spielen auch Liga. Könntest du über die Liga sprechen? Ja, wir haben jetzt ein Matchmaking. Also, wo man jede Woche sich hinzusehen kann. Und halt sozusagen Ranks spielen kann. Das ist cool. Wie funktioniert das? Einfach bei Smash TV-Webseite anmelden. Und dann einfach als Suchen-Webseite. Legit für mich gefragt auch. Aber danke schön. Und sich einfach voranmelden. Cool. Bei Smash TV-Slayh-Jedo-Leader. Oh, Langflash. Das ist geil. Das hört doch. Aber sicher, wenn man eigentlich da über Netflix-Webseite heißt... Äh... Wahrscheinlich... Nee, da muss halt immer ein... Ähm... Ein... Manager da. Also ein Verkürtel-Manager. Ah. Ja, der hat sich zu gucken. Und so um 3.8 Uhr einfach sagen, hey, sag mal ein. Ich stehe auf. Einfach anrufen. Taiwan-Rufe machen. Oh, nice. Schön. Oh, Banana. Warum bist du so greedy? Und so cool. Was kann man sagen? Nice. Wieder dieselbe Enge. Vielleicht ist das auch der 45-Gart-Enge. Oder was? Ah, der Shit-Tank ist so geil. Das ist richtig langweilig. Dankeschön, danke. Den ersten Stock kriegen wir nach gerade mal 1-Minute-Zone-Zone. Das kann doch cool werden. Man hat mir das letzte Mal beim Yedou ein Timer auf. Das ist schon normal, ja? Okay. Also... Man hat ja von sich selber sagt, dass er nicht mehr trainiert. Und deswegen, halt ich fest, spielt er jetzt damit. Weil er meint, er... Da muss man nicht hin. Genau, er ist im Grind, ist er fertig. Und er lernt jetzt auch nichts mehr dazu. Bei Samus gibt's ja auch nichts dazu zu lernen. Was man ihm allerdings zu gut rechnen muss, ist, dass, seit er nicht mehr trainiert, richtig Oberhabe bekommen, der Boy. Your Boy, spread it. Der muss halt auch seine Hand... Ich finde, dass er auch immer Pen-Pen gab. Beim Zocken. Okay, okay. Die Infos? Hä? Die Infos? Die Infos? Und jetzt Samus, meinst du, hat die meisten Infos? Die wenigsten Infos? Nicht die meisten. Das ist ja crazy. Oh! Genau, es wird fast hacken. Oh, let's go! Banane liegt vorne. Easy peasy für diese Banane. Oh my God. Oh, let's go! Ah, schade. Aber jetzt die andere Down-Smash. Man hatte noch die Hoffnung, dass er vielleicht die Ledge einfach halten kann. Jawoll! Nein, das ist es! Oh! Let's go! Oh! 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 Das ist spannend! Gutes Match! Das ist spannend! Cool! Danke! Nein, das ist wirklich spannend. Also eins? Das ist gut. Das ist gut. Das wird diskutiert. Das ist wirklich ein Counter-Pick, wie die Götter ihn sich geschaffen haben. Ah! Oh my God, Abi! Oh! Keine Kompos für dir! Oh! Ja, Banane ist hot! Die spielt wie eine so leicht ankaramellisierte, weißt du, so eine Banane vom Jahrmarkt. Haha! Das ist richtig warm! Wie deine Hände! Ich weiß schon. Weißt du, so eine gebackene Banane mit so ein bisschen Salz? Die ist so dann mal Balade-Valware. Vorholzen? Na ja, nein. Das ist die Marmelade. Das ist ja so metaphorische Marmelade. Das spielt hauptsächlich um die Banane. Ich hatte mal die Theorie, dass Banane so... Come on! Spiel richtig! Let's go! Nice! Gute Risse! Ja, vorher hat er vielleicht ein bisschen zu gewollt. Und jetzt ein bisschen stuck im Shield. Aber... Oh! Der ist die Banane! Was kannst du draus machen? Was machst du aus diesem Geschenk, das dir die Götter geben? Nice! Deswegen hat sich Maxi vorhin noch die Match-Up-Notes Samus-Deutsch gelesen. Weil er wusste... Banane sind drin. Oh! Okay. Habt ihr jetzt eigentlich nicht den Haft-Diesmann? Boah! Schön! Ich weiß nicht, ob es Match-Diesmann ist, aber es sieht gut aus, was er da macht. Ich will auch nicht so weiß sein. Ich freu mich auch, wenn Maxi gut spielt. Muss ja nicht. Faires Match bleiben. Oh ja, wie so neun! Jawohl! Spottage raus. Vorwärts vorwärts. Schön! Gecovert mit Down-Smash. Oh! Let's go! Und ein Stock von vorne. Consist von Banane. Coole Misser. So ganz knapp über die Stage. Steve und Maxi, okay. Und wir sind wieder drei Stock zu einem. Diesmal wird gespielt. Schade schon fragwürdig, aber dazu sagen wir nichts. Das Meme ist zu alt. Maxi ein bisschen stuck in seinem Movement. Wie Misser. Er covert immer richtig gut. Und da holt er sich das. Oh! Banane! Hoch ins Set! Das wäre, um nicht zu sagen, ein Upset. Freunde, jetzt merken wir, wem der Pressure zu viel wird. Und wer dafür geboren ist, der Upset-König zu sein. Back to Yoshi's Story. Das ist offensichtlich die richtige Entscheidung. Auch wenn es gerade nicht so knapp aussah, wie es hätte vielleicht sollen. Und du merkst direkt, Maxi ist on fire. Movement kommt. Schöner Uptilt. Fängt alle Optionen unter dem Plattform. Und der hat sich, glaube ich, gerade ein bisschen ein Herz gefasst. Banane kommt zurück. Gute Upset. Gute Coal, ja. Oh! Okay. Schön. Oh! Banane mit dem SD. Das ist das seltenste von Samus. Und das sind die Nerven. Zu 100 Prozent. Noch nie ist ein Samus-Star-SD. In 20 Jahren hat das Games noch nie passiert. Okay. Aber nutzt die Zeit. Cool bleiben, ein bisschen runterkommen. Atme nicht. Das ist so ein Problem, was ich immer habe. Uh! Kommt es! Weißt du, dass Foxes sich fühlen, wenn sie den Forward-Air auspacken. Schöner Forward-Tipp. Gutes Base. Ah, ärgerlich. Seid wie auf der Stage. Okay. Und jetzt läuft Maxi langsam ein bisschen Vorsprung davon. Das ist ein bisschen schade für Banane. Aber schön. Oh, der Ender trifft nicht. Und das war auch zu früh. Okay, okay. Oh, schöner Stage. Ja. Ich glaube Banane muss sich einfach so ein bisschen wieder... Ja, er muss sich wieder ein bisschen zusammenreißen. Das sah gut aus. Das sah gut aus. Und er lebt noch. Oh, crazy. Gut, die haben die Slider Stage gekriegt. Crazy da einfach Forward-Tilt sich zu trauen gegen den schnellsten Kerker im Game. Forward-Tilt wirklich kein schneller Buch, so. Ich schaue da so ein Port-Tilt. Ich schaue das an Port-Tilt. Ja, Mann. Ich schaue das an Port-Tilt. Ich schaue das an Port-Tilt. Mhm. The Rocket. Und diesmal ein Cover der richtig gut. Und das ist diesmal das allererste Mal in diesem Set. Der Full-Clean-Stock-Lead für Maxi. Außer Game 1 vielleicht. Aber ich glaube nicht jetzt vielleicht. Ein bisschen Jimmy Junger an der Ledge. Schöner Pivot. Und jetzt merkt man das. Oh, schön. Der Happy ist vielleicht genau der Swing, den er braucht. Jawoll. Ich glaube, man muss sich wieder ein bisschen mehr trauen. Er hat eben mit mehr Selbstbewusstsein gespielt. Verdrückung. Das ist okay. Und muss sich wieder so ein bisschen. Jawoll. Genau. Einfach Run-Up-Grab. Cooler Down-Smash. Und Cover. Leider dauern er ein bisschen zu spät. Jawoll. Schön. Richtig schön. Und da muss er sein. Der Manisch. Jawoll. Die Samu-Fälle. Jawoll. Leider ist richtig geredet. Aber nicht daran geglaubt. Das ist die richtige Option. Schade. Trotzdem gut gespielt. Gut gespielt. Oh. Und da ist Fox gar nicht in der besten Situation. So. Kommt wieder raus. Langsamste näher aller Zeiten. Und tot. Nein. Alter, DDI ist crazy. Yes. Geiler Waste-Dash. Okay, okay. 115 Prozent Unterschied. Und daraus wird ein ganzer Stuck-Unterschied. Warum? Weil wir gegen die guten Spieler und viel technisch wieder wissen. Das ist gutes Commentating. Nice. Das. Banane steckt ein bisschen fest auf der Plattform. Aber umgekehrt das auch so. Oh. 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 Kommt der wieder hoch. Oh. Die Scheine riecht. Oh. 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 I fuhck all. Sag rajht riecht. Und wie harst du gespielt? Game. Ich hab drin eingetést. Kommt. Das war leider ne? Ja. Banana hat einfach zwei Games und drei Stucks geholt questão, oder? Also drei zum Plus Cornell gewähltst du das? Also... Three Stups. Und Fun of Dreams, das ist die classic Samus-Sport. Okay. Nice, nicht genau gesehen mit dem Rollback, was da passiert ist. Okay, gut, Abi. Out of trouble. Und ich glaube, Banana hat auch wieder ein bisschen, er ist auch wieder hot. Du merkst gerade, dass der Reset beiden Leuten so ein bisschen mehr gegen ihn macht. Und da, catch den Jump. Schade. Das ist der Pet für den Maxi-Schein-Upsmash. Und der erste Stock geht an den Fuchs. Durch die Plattung gedroppt. Nice, wieder Off-Stage. Jawoll, der Off-Stage-Cover abkillt. Und wieder. Und diesmal... Aber warum? Diesmal Edge gerade wieder nicht. Diesmal Edge gerade wieder. Auslandsweise nicht. Also, das Game ist richtig knapp. Da ist noch alles drin. Schöne Jazz, jawoll. Bisschen delayed. Nervenengelang. Oh, der Charge hat richtig knapp. Geiler Smash. Du musst nach Zappen. Du musst gegessen machen. Tufkarp hatte ich dir die Hütte. Achso. Tufkarp, danke für den Zapp, Alter. Ist echt krass. Und da ist Banana vorne mit dem ersten Stock. Geht das Mikrofon wieder? Keine Ahnung. Oh, das könnte sogar richtig schnell auf den zweiten Stock werden. Yes. Das ist ein Goal. Banane, drei Stocks gegen einen. Maxi, in deinem letzten Tournament-Stock. Der Charge-Shot von Off-Stage. Richtig frech. Kann er da rauskommen? Oh, das ist der Fusswisch. Mach dir den. Okay, Banane mit den Suicide-Moves in letzter Zeit. Immer wieder Off-Stage gegangen, um den Fox. Das könnte es schon wieder sein, Alter. Kann er das? Okay, Maxi, du das Weet-Sport. Du das Weet-Sport. Letztlich gar nicht eure Raketen beeindrucken. Ja. Ich fahre von Maxi gegen Maxi auch in so einem Szenario. Und er hat das fast noch gemacht. Drei Stocks sind wirklich eine Menge. Da kämpft man nicht lange gegen. Ey, Fox macht hier und da gerne mal ein paar Tilts nacheinander. Und dann geht's richtig ab. Also da machen wir jetzt mal keine Sorgen, Maxi. Da ist immer noch alles drin. Da ist immer noch alles drin. Ja, man geht für das faule Edge Guard. Ja, ja, da hat er drauf gehofft. Oh, da hat er nachgehofft. Was? Das könnte sein. Und schon wieder Paulus Edgar. Und dann lässt er sich Südwest-Ledstation. Oh, das wird sein. Holy fuck. Und Banane holt sich. Der Upset des Tages. Drei, zwei. Banane über LeFouzzi. Und per Transitivität nach vor zwei, drei Wochen, als LeFouzzi Matches geholt hat gegen Konstantin. Auch jetzt confirm Banane besser als Konstantin. Mathematisch bewiesen. Aber das bedeutet, wir kriegen Jan Ulrich gegen Jan, Jan Banane. Zum ersten Mal. Dennis, habt ihr überhaupt gekalkt, weil euer Matchstand steht nicht drauf. Achso. Wir mussten auch Check-In machen bei uns. Check-In? Check-In? Wir haben doch gar nicht. Weil die Matches sind jetzt weg. Wir haben doch nicht probiert. Was, was denn? Es ist so schlimm. Ich bin jetzt auf. Was machen wir hier oben? Die Frage ist, dass ist es? 1.21 Uhr. Freilichendorfer. Ok. Eine Banane, Banane. Ok. Okay, das ist richtig krass. Sein Bracken heute stand aus Falcon, Fox, Fox und jetzt blüht arguably nicht die schlechtesten Charaktere gegen Samus, aber welcher Charakter ist schon der schlechteste Charaktere gegen Samus? Und ich glaube, dieses Match hat nicht den Hype bekommen, den es verdient hat in diesem Brandy heute. Da liegt ja daran, dass niemand hier, sondern die Leute, die Brandy's mit irgendwo spielen, zu abgelenkt waren. Aber das sah gut aus. Das sah richtig gut aus. Schönes Match. Oh, Louis Bamboni, was geht? Louis Bambona Boney. Sounds sexual. Er ist für Let's Go Ulrich. Dennis, mit den Fans im Chat. Jenny P6 Auer für Jung Ulrich. Drückt 1, wenn ihr für Ulrich seid. Drückt 2, wenn ihr für Banane seid. Nee, Jenny P6 Auer. Gib mal in den Chat. Das war schon. Drei. Da hätte ich was. Und erst mal zum Himmel gucken, um so dem Stagepicken so richtige Bedeutungen beizuruhen. Und richtig so zu sagen so, boah, okay, krass. Und dann Go Ulrich im Rot. Das ist nicht Outro. Achso, na, 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 im Overlay. In Rot. Das ist Portfarbe, das ist so ein cooles Overlay. Das ist crazy. Oh Gott. Banane und nur 4 SDs weg vom Win in diesem Game. Schöner da inzwischen. Sachen, die man in diesem Matchab häufiger hören wird. Schon wieder. Das war Max Wage. Krass. Und die AB trifft mich. Schön. Weggebergert. Leave my stage. Oh, das war ein riesiges Klapp. Nice percentage. 69. Um nur, um es noch mal zu erklären, es ist eine Witze, würde es sagen. Ist die überhaupt so witzig? Schön. Er ist da. Ist nicht anders. Nice. Der Job. Aber, wenn du dachtest, dass Dennis mit 136% stirbt von der Sam's Nähe, dann ist die Antwort nein. Da kommt aber vor allem was für einen Kontext, diese Zahl. Ja, nämlich im Smash-Prozent-Kontext gar nicht so. Nein, ich habe gesehen, bei Twitter auch so, jemand hat mir postet, ein Kommentar von Zeros erstes Video, sag ich mal, wie der YouTube macht. Ja. Erstes Match gleich 3 Stock 69% nice. Oh Gott. Da finde ich es ziemlich cool. Ja. Vor allem, wenn das bei Zeros ist. Vor allem, wenn er. Okay, die Leute. Was sollen wir dazu sagen? Wir assoziieren uns nicht mit solchen Leuten. Nein. Zeros ist bei uns, wie wir gebannt gemacht haben. Zeros kommt nie auf uns zurück. Müssen wir den bannen, muss man ja gar nicht aussprechen. Wer weiß es, braucht gar nicht mehr. Wir haben es persönlich durchschrieben. Nach der Logik auch viele andere Spieler gebannt haben uns, ohne dass wir es explizit aussprechen mussten. Aber, wer nicht gebannt ist und wer doll vermisst wird, ist der Hauptteil der Weekly-Leute, die wir heute leider nicht bei uns haben dürfen. Zum Beispiel Rosen-Kevin, Rosen-Brian, unsere guten Freunde aus den USA, unsere Texans. Und natürlich, wie immer, Arthur, Dominik, gute Freunde des Jedos, Patrons des Jedos, Kahn, Eis, wo sind unsere Freunde, wo sind die wichtigen Leute. Tatsächlich eine der großen Vorteile im Jedo Berlin und vielleicht, ich glaube, dass wir fast eines der Jedos, also eines der Weeklys sind auf der Welt, mit der höchsten Spanne an so Spektrum, an Skill. Mit wirklich guten Spielern. Wir haben wirklich ein paar richtig gute Spieler dabei. Und wir haben auch genug Leute dabei, mit denen du und ich uns messen können. Und da hinten sehe ich jemanden, der spielt Free for All mit vier Ports zum dritten Mal als Meistungsland-Leben. Insofern, Mann, wir haben alles. Kopf vorbeig. Und wir sind, glaube ich, eine mit den meisten Teilnehmer-Personen in Deutschland. Oh, wirklich? Shoutouts an die anderen Weeklys in Deutschland, zum Beispiel Herr Hofer. Ich glaube, in Herr Hofer sind das immer durch den Tisch acht. Heute sind wir sick and more. Ja. Aber es ist noch wenig für uns. Nächste Woche wird sich das hoffentlich ändern. Nächste Woche einfach 100. Und dann zu dem SD. Obwohl wir nur 20 hier rein dürfen. Oh, okay, Räte. Ja, jeder kennt so fünf Platz. Hältere Raum wird aufgemacht. Dein Passant, 80 mehr rein. Oh, nicht genau gesehen, was passiert ist. Man tippt auf Näher. Okay, dead hit. Oh, der Charged Shot. Geblockt. Bonf. Score und er lebt noch. Dennis mit dem Survival. Dennis würde in Smash verbal seine eigene Piste trinken. Das bedeutet, dass er so einen Dschungel überlebt. Er ist ja Bear Grylls unter den Smash-Survivern. Ich weiß nicht, was das meint, aber ja. Bear Grylls, der immer seine eigene Piste trinken. Bist du alt? Ist das ein old joke? Einfach mit dem Booty die Rakete abgewehrt. Du bist ja schon ganz lang ein Boomer. Ich bin wirklich die Boom-Generation. Oh mein Gott, die... Oh mein Gott. Guten Appetit. Krass, die Nacken schicken ihn in den Leather-Ram. Klipp. 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 Der Kabel ist weg. Hey, Leather, ist bester Fall oder? Bester Fall. Habt ihr auch Check-In gemacht? Bei Leather immer Check-In drücken, sonst wird es resettet, euer Mensch. Nice. Oh. Schön, Sieg ganz. Waveland. Sam ist vorne, Sam ist hinten, niemand weiß es. Ehrlich gesagt, sieht das hier aus wie ein toughes Match-Up für Sam ist. Oh mein Gott. Snippt. Oh mein Gott. Und? Alter. Ciao. Oh. Aber er lebt. Crazy town. Okay, schöner Stotterschritt. Okay, down. Ja, crazy. Ich glaube, Samus hat einer der besten Recover-Issum-Spiel, oder? Ich glaube auch. Also, es kommt noch mal raus mit Gut-Minds. Es ist, glaube ich, nicht so unendlich schwer, Samus. Soll ich das hier, bis dahin, hätten wir hier die Reslave-Issum-Spiel? Ja, aber das ist ein Jesus-Match-Up. Ja, ihr müsst, ähm, reporten bei mir. Oh Gott. Okay. Die peinigende Pastinake-Pot-Einweiter-Stotterschritt. Also, reinges Nachmittag, müssen wir das vorher schon sagen. Ihr könnt machen, ich kann einfach dann eintragen, ja. Und er holt nicht die Stotterschritt. Ja, das ist fair. Banane mit den Frischern, ne? Ich möchte hier nochmal on-stream die Geschichte erzählen, wie Dennis von hinten gegen mich gespielt hat. Und zwar habe ich total reingehalten und ein Dance-Match. Und von Dennis kam nur ein genießendes... Und ich habe kaum meinen Zock verloren. Bei 0% seinerseits. Nein, ist so frech. Ja. Ist so frech. Deswegen die Mindgames von Dennis, auch mit so Komplimenten im richtigen Moment und so, richtig zu fanatlässig. Macht ja richtig zu gut. Alter, die ist ein Klau. Oh. Oh. Peach immer, wenn sie vorne ist, einfach Handelsabkommen, Embargo. Excuse me, I would like to trade with all of your moves. Okay, schön attack irgendwie. Oh. Schild klein, aber nicht klein genug. So. Versucht die Landung zu coveren. Floats menacingly. Und Banane versucht es immer wieder, aber das Schild von Peach... ...wettert es gegen alle Moves. Oh, schön attack. Oh, und das ist... Ich verstehe nicht, wie Ladder funktioniert. Oh, der holt. Und damit ist Dennis on track, auch dieses Spiel zu gewinnen. Ei, ei, ei. Dautor-Setup. Oh, Air-Dodge aus dem Nair. Schön. Dann zum Beispiel whiffed komplett. Rakete-Covered. Der Shard-Shot wird so lange geladen, wie es geht. Leider lag es doch. Leider lag es hart. Ja, das ist halt, wenn man was anderes dabei macht. Ja, ja. Das ist fütter. Aber es ist auch bei nicht so. Ganz knapp verfehlt die Passinake. Oh, Bonk. Da macht er das Geräusch wie so ein zwei Tage alter, riesiger Sellerie-Bai, die so an den Kopf geworfen wird. Ich finde mal seine Analogien richtig geil. Na ja. Kennst du diese Videos von so Softball-Pitcher, die so von unten werfen müssen? Das ist ja im Prinzip der Peach-Wurf von so einem... Das zieht sie dich erst aus der Kimme und dann wirft dir das Ding locker mit so 80 kmh. Ziemlich sicher, dass sie einfach deinen Kopf ersetzt, wenn du das im echten Leben ausprobierst. Und ich glaube, es steht auch schon 2-0 für Dennis, oder nicht? Das heißt, kannst du jetzt geben drei? Okay. Second to last stop. Ja, das ist nicht so wichtig. Die Leute gucken mir zu. Die Leute sind interessiert. So, Chef. Wie gesteht's? Peach und Samus tauschen Projektile aus. Hier, ich hab eine Rakete. Hier, ich hab einen Koran. Nice. Das ist wirklich crazy, wie so ein richtiger Krieg, so ein Frontenkrieg, wo sich ja alles so festgesetzt hat, wenn die beiden Charaktere so in der Mitte stehen. Da gibt's nicht irgendwie Short-Hop-Cross-Ups oder so, sondern es ist einfach, oh, mein Wave-Flash nach vorne hat dir ein bisschen deinen Platz von der Stake-Track-Klausel. Oh nein, was tue ich jetzt? Projektile werfen. Wieder traden die Projektile. Was soll man da noch machen? Da fällt einer in den Kommentaren auch nicht mehr so richtig ein, was man da kommentieren soll. Last stop, I guess. Willkommen bei Audible. Heute Melee, Kapitel 793. Edo 99. Es waren Peach und Samus, die sich auf der Stage, Pokémon Stadium im Spiel 3 mit dem letzten Stopp gegenüberstanden. Die Projektive flogen. Immer wieder musste ein Recovery-Versuch von Samus abgeworfen werden. Und was das Spiel letztendlich entschied, war ein S-Team. Richtig gute Plattform, die es bei Amazon gibt. Was es auch bei Amazon gibt, ist Prime. Richtig praktisch für Leute, die sich viele Sachen bestellen. Und was es umsonst gibt, ist den Sub. Und der geht natürlich an Burning Smash, wie noch sonst eure Lieblings-Weekly-Community in Charlottenburg, die ihr unterstützen wollt. Das Geld geht an gute Zwecke, wie zum Beispiel die Firma, die Sterne produziert. Oder, wenn wir irgendwann 10.000 Euro gesammelt haben, schicken wir damit Niki zu Summit 15 und er zerstört alles. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, Niki würde sofort eingeladen werden in Summit, wenn er deutlich mehr Muskeln hätte. Wenn er einfach ins Fitnessstudio geht und er wird jetzt so krass buff, so Alex9-Team-mäßig, ich hatte ja kein Gimmick. Niki ist halt zu deutsch, weißt du? 12-Undes Game 2. Man hat es jetzt zwar angefühlt, Game 3, war aber Game 2. Oder die zwei spielen einfach das Beste selber. Sehr ärgerlich, wenn man Banane isst, weil man freut sich natürlich noch eben über den Upset, den man gemacht hat. Oh, schade. Das war schön. Ausdrucksloses Gesicht, wie man es von ihm kennt. Konstantin, auch die Emotion einer Moorleiche. Miles SSB. Was machst du denn hier? Und nicht in Person. Oh, da kommt das Gewitter der Raketen. Seht das schon? Meinst du, es wäre so ein Projectile Limit? Wäre so etwas, was man so nach Letch-Daw-Limit einführen müsste? Wenn du 7.000 Channels gezogen hast und eine Zeit verlierst du automatisch. Beim Time-Off? Weil du das Leben? Oh, das ist ja so. Oh, das ist ja so. Oh, das ist ja so. Frech. Dennis zeigt, wie man Simons Edge guardet. Nämlich mit Forward Throw in die Blastung. Ciao. Und dann wird es dann rausgekommen. Mal gucken, was er hier rausreißen kann. Ich glaube, was man in diesem Moment macht, wenn man Banane ist, man versucht so viele Informationen in diesem Match-Up zu sammeln, wie es geht, für das nächste Mal. Man spielt quasi Multi-Tournament-Conditioning, Multi-Tournament-Improvement. Man versucht ein bisschen zu üben. Pull-Up Down-Air zum Beispiel. Test-Demagipad Pro. Charge-Shot-Cover, alles bis auf vorne nach rechts. Diese Plattform ist zu klein für uns beide. Oh, Powershield-Rakete. Du warst nicht ready. Oh, das ist zum Beispiel geschildet. Ein bisschen zu langsam. Oh, und hier wieder einer der berühmten Damm-Set-Gards. Wir haben gerade den letzten Song von Banane gegen Dennis gesehen. Und das ist Losers Finals, aber wir haben schon... Also, was uns jetzt noch fehlt, ist Grand. Nein, Grand. Grand, ja. Wir warten jetzt noch auf Grand. Okay, Grand ist jetzt nochmal von Steve. Was ist Dennis? Hä? Was ist Dennis? Zum dritten Mal dieses Schluss. Nee, zum zweiten Mal. Achso, ich bin froh, ich war dann nicht der erste. Genau. Aber zweimal würde ich sein. Also, wenn Dennis das erste Mal klickt. Na, mach mal. Nein, nein, nein. Und du? Warum hast du das Bracket mitgespielt? Ich habe Doubles mit Anni gespielt. Das ist ja nicht das Bracket. Das geht ja um Geld. Es geht ja darum, dass wir dich hier abziehen können. Wir wollen es rein. Ja, ich verstehe. Vielleicht... Ich kann es ja nicht... Das Ding ist halt, ich kann das ja halt nirgendwo üben. Also, du hast es ja halt gesehen. Ich habe heute null Sets gemacht. Das wäre der erste Woche sein. Und dann wirst du eine Anlage finden gegen mich. Ja, aber wahrscheinlich spielst du wieder gegen jemand andern. Das ist die Ding, dass du in der Scheiße bist. Okay, wer kriegt das bestimmt hin, dass ich einmal gekriegt bin? Ja, ich kann es ja nicht. Ich habe gerade mehrfach Konsti getötet. Muss man auch sagen. Also, er war in meinem Team. Und deswegen hat er mich reichnet. Aber ich habe Konsti extrem abgezogen. Ja. Vielleicht musst du so spielen, als wärst du dein Team-Mate. Okay, lass. Der Pferd ist einfach, muss man sagen, ich habe ihn auch nicht erkannt. Und ich wusste manchmal nicht genau, wo ich bin. Das ist tatsächlich der erste Step in diesem Game. Ist viel Footage gucken. Ja. Guckst du, bist du bereit, wir müssen so eine Viewing-Party machen für das nächste große Töne? Ja. Ja, oder? Ja. Ja, ich hätte dich so eingeschätzt, dass du so ready bist, dir Tape anzunehmen. Ich bin down. Absolut. Tape auf Discord, so. Ja, wir kriegen das hin. Vielleicht musst du nicht smash WhatsApp-Profon. Kann man jetzt endlich mal Arthur im Chat größere... Der ist immer noch nicht da. Arthur kann man doch kurz. Arthur ist so, sorry. Ey, aber ist Tufkopf da? Ja. Tufkopf war ja. Ich weiß nicht, ob er das immer noch da ist. Alter, es gibt die Funktion, dass man sich das anzeigen lassen kann. Das wollte ich immer haben. Bei meinen Teams. Leute im Chat ist doch was anderes, als so sehen, wer genau live kann. Ah, okay. Nur wer im Chat ist. Das kann man so sagen. Ich muss euch sagen, ich bin nicht aufgestanden. Oh, der Pivot Grab. Excuse. Sorry, das war cool. Ja, aber du kannst hier rum angucken. Deine Streams auch schwer erfolgreich. Ich hätte mir... Ich steckte leider im ICE-Fest das letzte Mal, als du im Stream kamst. Das hätte ich mir jetzt nicht angucken. Momentan habe ich kein geiles Spiel. Ich hole mal ein Spiel. Nee, nee. Ja. Du bist ja auch wüsig da. Online-Mädelspielen. Was ist das andere? Slippi? Was ist das... Hä? Ja, ich meine... Slippi-Spielen? I don't grime. Was soll das? Hier, die Freundin... Works for Mango. Ja, die Freundin von Leffen macht das ja auch. Was macht das? Stimmt. Der hat auch das beigebracht und so. Das war sehr niedlich. Das war super lustig. Das ist auch witzig. Was hat sie nochmal gesagt? Der zweite Jump ist nicht Double Jump, sondern Air Jump. Ja. Mit Air Jump. Mit Air Jump. Aber sie hat ja auch einfach... Sie hat ja auch einfach... Ja, ja, absolut. Das hat er ja bestimmt so gesagt. Das ist so, hey, wenn du dich bei der Community einschleimen willst, das sagen wir Heider auch. Dann sagen wir so, hey, wenn du bei der Community beliebt sein willst, dann sagt das sowas wie, Marth ist Goth und Pikachu ist Bottom. Und dann, ha, 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 weißt du? Dann fursiert das schon. Aber die ist ja auch Fighting-Hand-Spielerin. Ist sie? Ja. Die spielt Größe Gier und sowas halt. Wenn du in die Videos noch sprechen möchtest, dann fällst du dann laut. Ich finde, man hat das vorhin ja voll gesehen, weil sie so voll die Idee hatte, was sie machen wollte. Das ist geil. Ja, ich werde sie in die Runde noch mal diese Woche, weil es heute anders ist. Nee, das ist halt echt schwer. Ja, Garantin ist vorbei. Leute unterschätzen halt, was es für ein Unterschied macht, denn das ist klingt, das wir haben. Nee, vor allem, wenn man das Ultimate zu Media kommt, das ist ja auch ganz was anderes. Oh, sick. Sick, ja, das ist das. Diese Geschwindigkeit ist echt so schwer, manchmal zu kontrollieren, aber von. Was kommt dann hier auf Twitter als seine Lieblings-Kopo? Und das ist mit YouTube-Kopo. Es ist Friday, Abwehr, calling me. Das bedeutet, du schnittst, du jimst, follow-up. Und auf dem Weg hoch machst du Abwehr, das ist in der Rückwärtszeit. Und er bereitet ganz oft zu vielen Koppos, so den geht dann so perfekt vor, weil er sich so ein bisschen vorlegt, nach vorne und rum. Am Anfang hatte ich auch keine Ahnung, wo waren die ganze Schichtmärkte. Und ohne nochmal zu springen, was so das Typische eigentlich ist, normalerweise springt man, macht einen Move, springt wieder, macht einen Move. Und manchmal springt man, macht einen Move, springt nochmal in der Luft, macht einen Move, aber das ist so der Klassiker. Also ohne zu springen, in der perfekten Fall-Trajection des Gegners, macht man das nie und trifft genauer. Das geht natürlich nicht immer, das geht man bei Schiff-Di-Arts und so weiter, aber wenn es trifft, sieht es halt nicht, erfüllen es aus. Weil halt Windows-Kreise ist und so viel Rangverbrauch. Ich muss sagen, ich glaube, dass ich das... Meins habe ich geportet auf Windows auch, super einfach. Und ich finde, das gibt einem so... Das ist doch eh eine Webster, oder? Ja, ja, ja. Das ist so, nicht angry, so run away. Das ist aber gerade auch so ein bisschen die Situation, wo so die Frau eigentlich so voll alles auf der Heimat verschwindet, der Typ kommt immer weiter. Ja, das macht, glaube ich, auch lieber. Das ist halt generell einfach, aber... Der Typ kommt so in seiner Arbeitskleidung. Der Typ kommt zu dir halt immer kommt, so halt in grün. Und sie so, Alter, nee, heute nicht. Weißt du, du kannst immer deine Scheiß-Löck-Löck-Löck-Kreise-Kreise tragen. Jeden Tag hat's damit abgebrochen. Nicht auf einem Special-Day. I don't care, aber nicht, wenn ich so ausschöre. Das ist witzig. Weißt du, wie das an den Fotos ist? Weißt du, du hast gar nicht so... Und es gab nämlich das legendäre Duo, so in den frühen Smash-Tagen, ich schätze immer so 2, 3, 4, 5, 6 rum, da gab's ein Duo, das immer geteamt hat in Doubles und auch individuell gar nicht schlecht war. Und er hat Mard gespielt und der andere hat Peach gespielt, also zwei Jungs. Und sie haben beide mal weiß gespielt. Mard hat ja auch so ein weißes Protokollektion. Und dann sehen die aus wie so eine Hochzeitsfrage ein bisschen und die Tags von den beiden Spielern sind Husband und Wife. Das ist total lieblich. Und Wife, ja, The Newlyweds, ist der Team-Name. Das ist sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Und er erklärt das so in der legendären Dokumentation für das Mesh, er erklärt er das so, dass auch Leute mal zu ihm ankamen und er wusste immer so, so, no, it's not a, it's not a romantic thing, we're not actually together, it's just a really good name, Alter. Großartiger Typ. Also Wife und Hasmel auch immer, die sind auch manchmal so kommentatoren groß und dann so aus Nostalgiegründen auch mal eingeladen. Nice, nice, nice. Das ist eine Mädchen, die so blind ist, die White. Mit A-E. Mit A-E, genau. Das ist so tragisch. Und deswegen funktioniert Smash auf allen Ebenen. Sad. Sadness. Das ist ja genauso wie sieben Wave-Shines treffen und dann einfach Downswash von Beach bekommen und dann ist genauso viel Prozent. Das bin ich. Das ist egal hier. Aber warte, ich muss euch den Clip zeigen von vor. Schau mich. Anni immer am Zahn der Zeit mit Clips. Ja. Clips, wo ich muss euch den Clip zeigen, der ist von vor 35 Minuten. Nein, er ist von vorgestern. Er ist von vorgestern. Er ist von vorgestern. Er ist von vorgestern. Mega, mega alt. Dankeschön. Ja. In Anni-Verse schon fast wieder so Kampfer-Shirt. Das ist schon wieder Retro. Alter Mist hier noch. Das passiert ja manchmal. Einfach, das ist einfach Tournament, ganz natürlich. Einfach mit Falcon Punch, das Game starten. Das war so witzig. Und Nerves Checking. Hat er gar nicht gemacht. Aber da hat er erst etwas Extensiert. Schön das Dump. Abwehr. Cool gedacht. Single-Hit näher. Richtig geile Extension. Aber da haben wir ja Rising. Hast du gesehen? Das war genau. Rising, Abwehr. Into und dann näher. Und Leute haben so von der Weile, das ist noch gar nicht so lange her, angefangen mit Falcon's näher, was ja so zwei so Beine sind, die er so abwechselt, den so ganz kurz vom Boden zu machen, wenn man schon wieder landet. Zwei so Beine. Das zum Beispiel. Zwei so Beine. Zwei so Beine. Zwei so Beine. Das wurde auch gar nicht. Das ist so. Achso, das habe ich bei Twitter gesehen. Ich habe es nicht geschmiert. Aber das ist Gewalt, kann nur mit Gewalt geantwortet werden. Achso, das heißt verbale Gewalt angewendet. Willst du körperlich gewalt? Willst du lieber körperlich? Direkt weiter mit dem Telefon. Schöne. 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 Ich bin selten, dass das Risk Reward so krass ist wie in Flash. Aber wieso hat er immer so 800 Sprünge noch? Hat er nicht, da wird er gehauen und darf nochmal. Also das ist jetzt ein Jump-Kin. Schöne. Aber er hat gerade eben beide so Stücken-Fürschen. Ja, ja. Stücke-Puff gegen. Schie. Nie. Denn Rest kann man nicht. Falschen. Er will aber auch kein Nie machen. Um Gottes Heim nicht der Nie-Spieler. Oh. Schöne. Wisst ihr deine Knie schon? Er versucht seine Kniescheibe. Er versucht sie zu fangen. Er schafft es. Gemüse. Also was? Ist es im Ombrella gestaubt? Die Reaktion ist mal so geil. Oh, da ist das Late-Uni. Schön. 3-0. Gutes Spiel? Gutes Game. Gut er-gamed. Mal gucken, wie late es ist und wie lange es ist. Wenn der zweite Moment mich direkt verschwunden wäre, wäre das sehr cool gewesen. Das war wirklich... Das war die Facts. Du bist erst noch hin, um so... Lass dich einmal hin. Ich muss Jojo sagen, das war auch immer cool. Sonst wird das nicht gut. Ja, das ist immer eine gute Trottel-Jong. Sieht aber gut aus. Sag mal, hast du mein Kabel? Ja, das schaffst du am Rechner. Achso, geil. Was sind die Payouts hier? Ja, wo ist denn dein... Wo ist denn die... Gutes Game tatsächlich. Gutes Game. GG's, World Finals, sah schön aus. Ich spiel jetzt noch ein Set mit mir. Ich habe... Du kannst ja... Du kannst ja... Leider hast du... Ich könnte richtig Leider nicht spielen. Ich spiel jetzt anmelden. Und zornig... 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 Und dann geht auch noch mal... Du kannst ja... 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 Das ist ja klar. Gut... Und... 2... 10... 10... 12... 12... Mit mehrfach... Achso... Stimmt, warte, ganz kurz. Weil es 100 ist... Ja. Leute... Einmal kurz pausieren. Außer wenn Leider... Wenn es halt jetzt stimmt. Jede 100... Ja. Pausieren. Ich glaube, Paar spielen... Paar spielen Leider. Pausieren. Jede 100... Heuer... Rausieren. Und... Und Panteilung... Wenn alle... Wenn 20 sind am Ende... Dann so Panteilung auf. Pausieren. Na. Also, jeder... Wie lau... Was? Das wäre cool... Du kannst doch ein paar... Was? Ne, wow! Ich muss nicht, dass das so schlecht handelt. Kommt, ich mach es trotzdem... Zumindest... Gibt es denn so? Willst du das heute noch mal? Nein! Pausieren. Das ist nicht oder nicht... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hey Team Özge, was geht ab? Wie geht's euch? Ihr seht Konsti, er spielt Käpt'n Falken, das ist der grüne Mann in dem Latexanzug. Neben Banane-Marmelade, das ist der rote Mann mit dem Diadeen. Konsti weigert sich auch was anderes anzuziehen. Selbst wenn sein Gegner im weißen Brautkleid auftaucht, dann ist Konsti trotzdem so. Ich bin bei grünen Hose. Aber es gibt ja kein schwarzes Kostüm von Falken, es gibt nur ein graues. Aber weiß wäre schon cool. Aber das ist ja kein Brautmaier. Ich finde irgendwie schon. Hast du schon mal eine Hauszeit mit einem mangelen weißen? Hey, den schwarzen? Es gibt alles. Es gibt keinen schwarzen Felgen, es gibt einen grauen Felgen. Grau ist gut genug. Dunkelblau machen auch gut. Aber Hochzeit in einem grauen Anzug, ey, da bin ich ja mal gespannt. Das kann, es geht alles. Das geht, das geht, okay. Aber nicht in diesen grünen Leggits. Da geht es nicht. Das, da bin graues. Jetzt fahr auf, fertig. Grüne Leggits, weiße Stiefel, Konsti. Ich glaube nicht. Das sind graue Stiefel. Oh, oh, entschuldigt bitte. Und der hat außerdem, außerdem hat er, äh. Und er hat noch einen Gürtel, das war der wichtige Punkt. Ja, und einen senffarbenen Helm. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass immer, wenn er gewinnt, das Endbild, so ist, dass man eben voll in den Schritt guckt? Nicht immer, es gibt drei verschiedene. Nee, es gibt drei verschiedene. Ich, also gefühlermaßen, jedes Mal, wenn ich es sehe, ist es genauso, wie kann ich meinen Schritt am besten präsentieren. Nämlich so. Vielleicht muss ja was kompensieren. Es ist halt für ein etwas länger Herdespiel, wo das erstellt wurde. Oh, das ging das noch. Es ist ja ziemlich genau 20 Jahre her. Am letzten Sonntag waren es 20 Jahre. Achso, Ofis, du hast das nicht mitbekommen. Jede 100, 100 Euro Potbonus. 100 Euro Potbonus und verteilt auf, was er denn gesagt hat, Top 8. 100 Euro Potbonus verteilt auf Top 8. Das könnte wirklich interessant werden. Roter Umhang, okay für Hochzeit. Ist absolut richtig. Roter Umhang. Mit dem Cape kann man jederzeit zu einer Hochzeit erscheinen. Was ist das für eine Superhelden-Hochzeit, hä? Fancy as fuck die weißen Stiefel. Finde ich gut wie Schnee in der Innenstadt. Das ist irgendwie poetisch. Jetzt feiere ich weiße Stiefel ein bisschen mehr. Ich habe es vorher nicht so gefühlt, aber jetzt klingt es anders. Aber weiße Stiefel sind ja sehr schnell in Matschen-Stiefel. Ja, absolut, aber nicht in Schnee. Alter, Fancy mit dem 233-Prozent. Was ist das? Wow. 247, er hat es fast geschafft. Die letzte Woche, wo ich gesagt habe, dass ich noch nie so eine hohe Zeit habe, war da auch mit 253. Und alle so, oh, Heide hat die Realzahl in der Schule. Ich glaube, ich so, ja, scheiße war natürlich bei diesem Spiel. Am besten fand ich noch, glaube ich, Jans Antwort. Ja, die Corona, hast du nicht die Corona-Zahlen gesehen? Ja, die Corona-Zahlen. Ja, immer schön auf 400. Paul. Danke, ich bin in meiner Freizeit Poetist. Aha, sehr gut. Weil ich so gut mit Wörtern, oh, schön. Oh, Esker. Ich bin, Akarius, ich bin Philosophist in meiner Freizeit. Wie heißt es, Akarius, Alter? Esker ist Farbschägeristin. Es ist nicht Marius, es ist Akarius. Es ist Akarius, ja. Ich bin Akarius, ich bin Akarius. Tschüss, Ögo. Tschüss, Esker. Bis Sonntag, Chat, bis irgendwann Heide und der Rest. Wir sind der Rest. Nein, ich bin der Rest. Jonas ist der Rest. Ey, wenn du alleine der Rest bist, dann kriegst du eine Menge Wayne auf jeden Fall. Das ist klar. Paul, jedes unserer Weeklys ist ein Stacked Local. Ich weiß nicht, ob das ist, was du dir vorstellst. Hast ja gerne mal herkommen, Kollege. Was war es vor drei Wochen, wo Lufusi gewonnen hat? Ja, man hat sie gewonnen hat, als die Seeds genau vertauscht waren. Was wurde damit dein Name berufen? Ich bin doch kein Marius. Nein. Nein, du bist kein Marius. Du bist ein Akarius. Ich schwöre, irgendwann komme ich Donnerstag nach Berlin. Nächste Woche etwas kurz. Nächste Woche ist 100 Jahre. Ich schwöre, 100 Jahre wie Edo, Alter. Nächste Woche. Das machen Will und Stefan bei ihrem Podcast. Habe ich richtig verstanden, oder? 100 Jahre. 100 Jahre Edo, genau. Vielleicht mit Luft. In der Jahr 1921 war das noch mit echten Charakteren. Da war das noch ein Straßenkampf. Ja. Das war schwarz-weiß, aber die Leute hatten ihre grünen Leggings und Stiefel an. Ja. Das ging auf der Straße ab. Damals wurde es nur über Radio-Bot-Fragen. Damals war so ein Endstart, das war was wert. Jetzt ist das ja hier noch, das kann man ja eben so machen. Imagine. Imagine. Das wurde auf Dichern gemacht. Damals gab es nur so Bordsteinkanten und gar keine richtigen Kanten wie hier. Richtig. Dann wurde es auf Host-Dichern gemacht, Mann. Wenn du da an die Kante gesprungen bist, damit du die nicht mehr festhalten kannst, das hat was bedeutet. Das ist tatsächlich eine ganz gute Metapher, dass man, wenn man einen, man hängt so an der Hauskante. Mein Sportlehrer hat früher immer, wenn wir Klimmzüge machen mussten, hat der immer, da haben Leute immer gefragt, wie rum denn so rum oder so rum? Und dann hat er immer gesagt, guck mal, wir machen hier, wir drehen euch hier fürs Leben, ja, bei der Schule lernt man ja fürs Leben. Wie willst du dich denn jemals, wenn du von Hauskante zu Hauskante springst, so an irgendwas festhalten? Ich finde schon. Wenn du nämlich von unten an so eine Feuerleiter hoch springst oder so, so in Ami-Rändern, wo so außen so eine Feuerleiter dran ist, dann springst du, da kannst du dich auch so festhalten. Ja, und wie, also rein praktikabel, wie ziehst du dich, also dann ziehst du dich so hoch und dann hängst du so drin, also so ist doch viel besser. Ist die nächste Bewegung, die du machst, nachdem du dich hochgezogen hast, ist doch eh das Knie über die Kante, oder? Ist doch egal. Das Knie über die Kante. Das ist doch, was Konzi immer macht im Mailer. Das Knie über die Kante. Hat Konzi das gerade gemacht? Leider nein. Leider ist Konzi nicht voll Meme gegangen. Banane, spielst du jetzt wieder Mav eigentlich? Ich finde es irgendwie cool, dass auch so ein 2020er Zon hat, macht es irgendwie authentisch. Nichts richtig nostalgischer als Tadelboe. Hört man uns nicht? Hey, das hat irgendwie so, als ob so ein Störgeräusch hat. Das hat mein Sportlehrer auch gesagt, er hat danach zugegeben, dass es andersrum leichter ist. Also es ist halt, es beansprucht andere Muskeln. Genau das ist es nämlich. Es ist nicht leichter, nur diese Muskeln, die man dann braucht, haben die meisten Leute, also einfacher mal eben trainiert und nicht diese Rückenmuskulatur so zwischen den Schulterblättern, das hat man meistens nicht so ein Thema. Zwischen den quergestellten Schulterblättern. Ja, wir press the body. Yes. Press the body. Und nach 40 Prozent. Aha, so. Liegestütze. 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 Zehn Liegestütze. Zehn Liegestütze. Zehn Liegestütze. Unwissen ist auch keine Ausrede. Unwissen halt stützt vor Strafe nicht. Das lehrt man nicht im Jurastudium direkt am Anfang. Das ist Jurastudium. Ja, klar, normal. Ja, selbstverständlich. Liegestütze ist der einzige, der nicht der weißen, Mario. Ja, Mario ist der einzige. Ja, Mario ist der einzige. Mario hat auch... Das ist das toxische Maskulinität. Was, Mario kann sich vorbeigehen? Ja, er hat eine kaputte Schulter. Okay, das zählt. Also bitte. Ein, zwei, drei, vier, vier, fünf, sechs, sechs, vier, acht, neun, zehn, let's go. Wenn man geforstert wird, dann muss man zehn Liegestütze machen. Aber auch einen Applaus. Klasse. Ballack. Ballack. Da hat sich das gelohnt, dass Banane in der Corona-Zeit richtig viel gepumpt hat. Er kann das nicht. Imagine, er hätte es vor Corona gemacht und der so, ah, weiß ich nicht, ob ich jetzt zehn Quick Ones mache. Vor Corona wollte ich es, ich weiß nicht, ob ich jetzt zehn schafften. Ich meine mit vor Corona, vor meiner Corona-Zeit. Ah, also vor zwei Wochen. Also jetzt kommt noch ein bisschen Jedo. Nein, das muss man nicht, wenn man das erste Mal da ist. Nicht zum 100-Jährigen. Du kommst mit großen Aspirationen, ein Melee-Gott zu werden. Und gesten mit Rückenschmerzen. Das ist eigentlich nicht von der Berliner Smash-Community, sondern von der, ähm, Banger-Li-Gott. Das ist vom Internationalen Banger-Komitee verordnet, leider. Wir sollen Liegestütze M-M's einführen. Was? Liegestütze Money Matches. Was ist denn? Au. Monetenmassaker. Das ist nicht in der Corona-Zeit. Einige Money Matches. Liegestütze gemacht. Einige Liegestütze gemacht. Ja, ich hatte mal Tage, also ich habe mehrere Tage gut 100 gemacht, aber das war sich, ja, aber dann nicht mehr, tatsächlich. Macht auch, wenn ich Liegestütze mache, probiere ich immer mindestens 100 zu machen und dann halt so viele wie noch gehen. Ja, das ist bei mir nicht so. Ja. Aber ich habe auch das Corona-Jahr übertrieben viel Sport gemacht. Ich bin jetzt ein bisschen am Slacken wieder, aber das Corona-Jahr nicht. Ich habe auch viel Spaß gemacht, aber ich war nie so, dass ich sagen würde, 100 Liegestütze waren so mein Standard, dass das stimmt. Ich habe halt so einen, ich habe so einen Ding. Ich glaube, vielleicht kriegst du jetzt irgendwas ansonsten. Oh, ist das Heides Preisgeld? Ja, ich gucke mal, ja. Heide hat einen Fünfer bekommen, damit hat sie fast so viel Geld verdient. Weißt du dafür, weil ich einfach für eine Bereiche würde, für die Community zu tun? Sie hat sogar mehr Geld bekommen als du. Wer? Sogar mehr Geld. Heide hat mehr Geld bekommen als du. Ja, du hast das ja. Oh mein Gott, Alter, ich habe 1 Euro Plus gemacht heute. Bei ihr bin ich mit gemeint. Imagine, du wirst Zweiter und kriegst 1 Euro. Imagine, du wirst 8 dann nächste Woche. Ey, ich schwöre! Ey, wenn ich nächste Woche nicht kann, weil ich Corona kriege oder so, dann wird der 8 Platz jede, weil er kann. Dann wird Alex nur mehr Geld bekommen, als ich jemals zusammenbekommen habe, auf allen Jedes. Ja, ihr kommt auch an, wer noch alles kommt. Ich meine, egal, wer drauf auskommt, wenn ich nicht drin bin, weil ich nicht da bin oder sowas, was ich natürlich nicht versuche. Oh, Bananen-Marmelade. Sollen wir dem Chat noch Crews bieten oder was? Ne, auch Ledders wäre eigentlich auch geil. Ja, Ledders spielen eigentlich jetzt alle Ledders. Ich bin auch reingecheckt, ich warte auf jemanden. Möchtest jemand halbe, 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 wenn ich bin, ich weiß, ob ich einen Ganzen schaffe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich noch einen Ganzen schaffe. Vielleicht hast du zu lange gewartet oder so. Zwei Minuten ist ja... Oh, das ist Player 2. Ich kann auch machen, dass man das nicht angezeigt bekommt. Kusch auf Kuss. Oh, dann wird es spannend, wenn man den Film an sich findet. Kusch auf Kuss und ich. Viel Spaß, Akarius. Ich hoffe, das wird nicht so viele Nebenwirkungen kommen. Lassen die Kühlschrank zerstörern. Wir können auch, wir können auch gleich noch spielen, oder? Ja, Mann. Hey, Konsti, ich spiel gleich mal ein Ledermatch on stream. Get your ass off the team. Oh, viel zu wild. Kusch auf Kuss und ich werde es wagen. Lecker. Ach so. Nein. Das war schon das Anstieg. Nein. 2-2 bei dir schon aus? Nee, das ist einfach nur Prefense. Ah, okay. Weißt du nicht? Ich glaube, ich habe es für dich hätten, was du als der Vorhaber. Ganz ehrlich, ich glaube, ich habe meine beste Chance, die kann ich machen. Wie? Ja, der ist noch mal die Chance, oder? Oh, ich bin so auf den Sack. Ja, Mann. Ich bin so auf den Sack. Ja, aber guck mal. Wenn ich mal ein bisschen wieder reaktiviere, ich habe gegen die Besten, ich habe schon gar weiß. Nein. Okay. Ich bin so auf den Sack. Ich bin jetzt im Bild, ne? Macht jetzt, ja, macht jetzt das Tweet T-Shirt. Das Tweet T-Shirt. Ich möchte was, ja. Ja? Ja. Glas von dir. Glas ist okay. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, genau. Ach, es ist ein Haruki! Das ist der beste Piccadillata, der mein Nachbar hat. Ist das so ein oberst? Hast du das jetzt so spezifisch ausgeträumt, dass es am Ende gar nicht mehr so etwas Besonderes ist? Oder ist es immer noch sehr wieso? Ja, das ist halt, also es gibt keine Kategorie. Der ist halt der beste bei Process Resumination. Hast du gar nicht spezifisch ausgeträumt? Also der ist schon, der war schon gegen, also die Erden, ich hab mit ihm gespielt so und ich hab ihn glaube ich auf jeden Fall besser gemacht. Also du hast ihn nicht gegen den Westen, äh Pratscherspieler Japans gespielt, sondern du hast den besten Pratscherspieler Japans zu dem gemacht, dass er heute einst. Ja, ich hab ihn halt auch, ich hab ihn... Spielst du gut gegen Pratscherspieler? War auch beim Pratscherspieler. Aber du hast ja auch ein richtig klappes Set gegen andere. Das stimmt. Wir sind kaputt gegangen. Aber ohnehin, das ist doch gar nicht viel. Ja, okay, aber ey, es hat eine Zeit lang geklappt. Es hat sehr gut geklappt. Äh, Graphen? Wunder bitte. Das leid ich natürlich gut. Es ist eine extrem hohe Neinfähigkeit, wenn wir die localisierten Teelektronen. Was heißt, ihr studiert es eben mal über seinen Abschluss? Er hat ein paar Module gemacht, der ist euch studiert. Er war anwesend. Oh, Mann! Ich mein, recht hab ich hier. Ja, ja. 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 Ja, aber dann ist dein Fahrrad dasselbe wie meins. Das ist ja das Problem. Ja. 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 Das hier ist wirklich ganz schön. Das ist mein Geschenk. Ja, aber das ist das. Ja. Richtig, richtig krass und das machst du es. Ich kommts ins Portfolio. Das war doch richtig Spaß dazu zu kommen, wie es den deutschen war. Ja, wirklich krass wirklich. Wirklich. Respekt eigentlich, dass du das ging zwar so machst. Das ist wirklich cool. Du bist ja jetzt alles auf dem Arsch. Wie es geht halt. Da ist ein Gesicht im Hintergrund. Ja. Weißt du welches? Nein, nein ich hab's ja nicht gesehen. Warum trägt der Infarkt, kommst du das Gesicht herum? Hast du das gemacht? Oh, ist das schön! Jawline-Rating irgendwie shit, wenn man alle... Kannst du mal kurz ein bisschen umsvollen? Ich weiß nicht, was vorher gerade... Kniegestütze, das hat mich schon... Warum kommt als nächstes ein Jawline-Rating? Sie haben ja über Jawlines geredet hier. Na ja, okay, Kniegestütze, das stimmt. Okay. Erzähl mal, wie er auf die Jawline-Ratings kommt, das verstehen wir gerade nicht. Alter, wie viele Leute noch da sind. Ja, das stimmt, das ist absolut richtig, ja. Aber das ist ja auch richtig und wichtig, würde ich an dieser Stelle sagen. By the way, das Spiel ist letzte Woche Sonntag 20 Jahre alt. Und nächste Woche Sonntag, äh Donnerstag, nächste Woche Donnerstag, kurz 100 Jahre alt. Das wissen viele nicht. Aber hier in Berlin... Nee, wir spielen nicht nur hier. Nicht das ganze Spiel, aber das sind 100 Jahre JEDO in Berlin, in der Näherlingenstraße. Ja. Ja, so ist es nämlich. Guck mal, was Merkhaus, BILI für Nintendo GameCopper. Der ganze Spiel ist Jawlines geratet und als Personenkult immer nehmen wir BILI-Geschänze. Es ist absolut richtig, Personenkult bei Özge finde ich wichtig und auch wichtige kommunistische Praxis. Aber man muss auch wissen, Jawlines sind die Unterarme des Gesichts, muss man auf jeden Fall auch sehen. Sie sagt Preis und den Wangen einlaufen und wir alles klar. Finde ich gut. Ja, ja, das ist das. Okay, ja, bin ich, äh, okay. Ja, ich check dann einer. Wen hat sie denn zu den Shoreline-Racer? Hallo? Was sagt ihr? Was sagt der Karius? Ja, sie hat irgendwie heute Jawline-Ratings von Özge gemacht. Jawline-Ratings, was hat sie gesagt? Das wissen wir noch nicht. Wir haben sie erstmal eine allgemeine Verbindung gehabt. Ich habe mich dafür ausgesprochen. Ich finde Özge ist viel zu großer SIP auf Jawlines, es reicht. Das hat der Chat auch gesagt. Ja, also es reicht. Konsti ist zu großer SIP auf den Chat. Ja. Also, ich finde, ich finde, also Jawlines erstmal Major, äh, Red Quelle von, äh, Major Quelle von Insecurity für Männer. Ihr könnt euch einfach literally ein Wort wachsen lassen, ich verstehe das nicht. Nicht jeder. Also, ich, ich vielleicht. Danke, aber ich bin mir nicht sicher, wie ernst es hier genommen hat. Ähm. Ja, Jawlines in security. Also, das ist halt, das kann, das kann, das kann ja auch nicht jeder so. Das ist ja auch nur nach außen, also, war das ja auch nur eine Ausrede für Leute, die keine Jawlines haben, aber wenn du beides nicht hast, dann hast du halt, du musst halt eben so. Wie ernst wird was hier genommen? Oh, komm, die Liegestütze. Oh, Liegestütze? Liegestütz? 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 Oh, Liegestütz? Oh, Liegestütze. Oh, Liegestütze. 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 Liegestütze, ja. Das war ein Faustlock. Ja, das war ein Faustlock. Ja, ja, ja. RIP. RIP. Let's go. Oh, shit. Damn, Niklas zieht die Jacke auf. Warte noch mal so. Jetzt geht's los. Jetzt wird's ganz anders. Wenn ich jetzt noch eine Bärjacke ziehe, dann hätte ich das noch. Okay. Okay, Niklas. Touche für den Stream. Sag mal kurz, ob man sieht. Siehen wir das? Ja. Vier, fünf, sechs, sieben, drei, neun, zehn, Zehn? Zehn? Ey, ja, hundert. Ne, nur zehn, aber. Zehn hätten gereicht, Niklas. Zehn hätten gereicht, Niklas. Zehn hätten gereicht. Ihr habt euren Match nicht gecallt. Ich bin eingeloggt. Ich glaub doch, wir sind eingeloggt. Ja, safe. Ich war eingeloggt. Ich war aufgecheckt. Nächste Woche sind's dann hundert, ne? Nächste Woche ist hundert Jahre JEDO. Genau, deswegen und unser Fliegestütze. Ja, fair. Könnt ihr doch mal checken, dann... Mein erstes ist es auch nicht drin, ne? Ne, ist wieder geworden. Ja, mein erstes ist es auch nicht drin, weil... Ihr müsst ja doch Check-in machen. Ja, bei mir... Er steht immer noch bei Finding Match. Wie jetzt? Okay, ich muss dann auch Dings, ich muss auch Solid Smoke nochmal finden, damit ich da auch meine fleißigen Dreißigen rein kriege. Ne, weil mir steht immer Finding Match zwölf Minuten, ich kann da auch nichts ändern. Wenn ihr nicht über die Ladder gespielt habt? Ja. Das war mit Ladder. Boah, soll ich mal Ladder? Ja, jetzt sind wir doch noch richtig gut. Ja. Wie beide? Guck mal. Und dann Check-in. Check-in, das hab ich gemacht. Das hab ich auch beim ersten Mal schon gemacht. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher. Oh, sorry, ich wollte mich nicht. Ladder-Pay. Dieses Fetter-Pay ist nur nicht für Ladder. Ihr müsst euch in der Ladder-Pay. Nein, es geht nur darum, dass was man fühlt. Das funktioniert super. Jetzt hab ich das Spiel gemacht. Jetzt hab ich das Spiel hier. Ich müsste mal callen. Vorher, bitte, wenn ihr es mal. Wie los ist dann los? Das ist kein Ladder, das Spiel wäre einfach nicht. Also wir, ich bin schon so froh. Wie spielst du? Wie spielst du? Wie spielst du? Wieso spielen wir nicht Cruz? Weil wir Ladder spielen. Fair. Ladder ist Rangliste. Ach, danke. Also quasi, und sie hat gewonnen, der ist immer schlimmer. Man kann sich eintragen, dann wird man mit irgendjemandem gematcht. Oh, entschuldige mal. Manchmal ist Arthur drauf. Ey, mach sie halt gewonnen. Gott, dass ich das nicht gewonnen habe, ist so ärgerlich. Was ist der Ladder? Äh, Slashy do Ladder. Slashy do Ladder. Slashy do Ladder. Dann ist es ein bisschen härter. Ich war bei uns, bei diesem Spiel, das Unabhängig wird mich hart. Da ist es auf einmal so, ich hab mir immer so ganz, ganz ernst, da Stefan gesagt, keine. Du kannst ihn jetzt nicht ansprechen. Und ich, und ich wusste, also ich weiß gar nicht genau, wie es geht. Ja, manchmal war sie direkt danach, darf das nicht. Richtig? Das macht man nicht. Das ist wie beim Tänz beim Umschlag. Man muss das ein bisschen verarbeiten. Man guckt halt, was man schlecht gemacht hat. Deswegen sag ich, ich bin eher vorsichtig für den Spiel. Ja. Vielleicht war das so ziemlich. So bin ich jetzt jeder da rein. Sie vernichten meine Traumvorstellungen von unsportlichem Liegesportlern. Was? Ach so, die Liegestütze macht es kaputt, dass du dir umspielst. Ach so, ich dachte unsportlich im Sinne von, dass sie halt keine Manners haben. Ja. Ja. Das macht das ja nicht. Nicht? Kein besprochen. Sorry, aber zehn Liegestütze kann jeder. Also passt. Das ist so an. Ich weiß, wie viele Frauen nicht eingeliebt sind. Ich weiß, wie viele Frauen nicht eingeliebt sind. Ich weiß, wie viele Frauen nicht eingeliebt sind. Aber ich finde, jeder, der es kann, sollte sie machen, wenn er kann. Also wenn er geforstet wird. Das ist dankbar, wenn ich bin. Du hast ja jeder kann essen. Das ist ein bisschen hart. Also ich sag dir, die Allermeisten. Wenn man sich so kann es. Es ist hart. Aber es wird auch respektiert. Ja. Also du wirst ja, wir sagen ja nichts, du musst die 10 Liegestütze zum Ende machen. Ja. Du musst sie probieren. Ja. Bei der Baby, wir haben noch Emote-Stots auf. Wir haben Emote-Stots auf? Ja, drei. An wen geht mit ihr jetzt? Ja. Ja. Das ist auch gute Regulars eigentlich. Was sind Emotes? Emotes. Ich bin dafür Geldjunge. Weil er zwei Arcadians. Ich bin für Geldjunge, W. Ich bin für Geldjunge, W. Geldjunge, easy oder irgendwie. Das ist was. Geldjunge, W einfach. Das ist halt... 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 Wer ist W? Geldmann. Ja. In unserem Herzen ist aber Geldjunge. Oh mein Gott. Das ist... Das ist schon mal. Nein, das ist... Ähm... Off-Leader. Das ist damit... Ich hab hier mal früher... Bei anderen Sachen... Ehrlich gesagt... Haben wir ein Tennis-Evort? Ja. Okay. Haben wir ein Arthur? Nee, ey! Wir haben das Arthur-Ding schon gesehen auch, oder? Wir haben das. Ja. 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 Ich bin jetzt in der Ladder. Ich bin auf der Ladder. On your way up. Eigentlich kann man das auch machen, dass... Das ist ein bisschen Ladder-Spiel. Moment, das ist so sexy. Ich kann aber Ladder-Spiel sagen. Ladder-Spiel. Ich finde es überhaupt Yoshi-Stories ziemlich cool. Wer? Mit hier. Warum ist der Pokémon-Stadion-Boden aus wie so... TV, so White Noise? Von einem HD-Pack. Warum sieht das aus wie White Noise, also Green Noise? Auf der Ladder liegt eine kleine Wand. Ja, genau. Game of the Jungle. Game of the Jungle. Auf der Ladder. Auf der Ladder. Ich lass es mal durchgehen, weil ich würde gut drauf. Ey, du musst unbedingt mal... Pokémon-Kett werden. Der ist echt, sagst du. Es ist nicht so, als wäre das für mich so... In Minority. Ey, für mich das... The Revelation... Der ist sogar rechts. Der ist sogar rechts. Also, ich kenne auch... Oh mein Gott, das ist Dennis. Oh, du bist hier. Hast du Schatten gedrückt? Ja klar. Was ist dein Kontroller? Anni hat mein Kontroller mitgenommen. Ich dachte, dass... Ja, ja. Ich dachte, du bist vom Spiebster dann runter, Freunde. Oh mein Gott. Ich würde nicht mehr so gefixt werden, Alter. Ich wollte eigentlich singen. Sehr geil. Nee, das fand's aber schön. Ich hab vergessen, weil da kriegst du ja so auf die Eier. Das fand's sehr gar nicht besser. Spiel mal Sekundär-Charakter. Konzi, wie würdest du spielen? Marco? Marc oder Franz? Donkey Kong. Das sind langweilige. Spiel mal jemanden. Niemanden Spiel. Spiel mal Luigi. Ich hab' schon nie gespielt mit dem Spiel. War die Donkey Kong? Ja, spiel mal Donkey Kong! Ich guck wieder... Aber es klappt gegeno... Das klappt gegeno... Das klappt gegeno... Dann musst du auch, was anderes Spiel, das dochのは schwer ist. Ich hab noch wenige Sekundär-Charakter vor, nicht dem nur zu müssen. Dann spiel dann nichts besseres Sekundär- Kings. Ich spiele dann halt ... Schief gegen Donkey Kong, aber dann auch scheiße. Nein, Mann, das ist geil. Du kannst auch eine... ... und ganz... Aber Konzi, in der Leder geht's doch unter. Geht's in der Leder? Nee. Dann würde ich die an die Erfahrung sehen. Okay. Mir bedeutet das was anderes zu sehen als Marmor oder Fox. Das möchte ich jetzt mal so sagen. Du siehst die ganze Zeit pfeifen. Ja, Konzi, von dir immer in grün. Da ist null Varianz drin. Ich weiß nicht. Da muss mal was anderes kommen. Da muss mal ein bisschen... ... was passieren. Guck mal, das ist so super. Wir haben hier so ein großes Feld an... ... da ist nichts und dann ist eher so zur Hälfte abgeschnitten. Warte mal. Ich höre doch nicht weiter. Konzi, willst du mal kurz zu fahren? Deine Kirby? Dennis. Wie kriegen wir? Kirby und Donkey Kong. Wir kriegen Kirby und Donkey Kong? Alter, wie gerne habt ihr mich? Ich hab die beide noch nicht so oft gesehen. Das freut mich. Kirby ist der schlechteste Charakter, den es gibt. Time to smash into my bed. Und Akarius verabschiedet sich. Gute Nacht, Akarius. Ciao. Oh, das war vor fünf Minuten. Das ist wahrscheinlich schön. Der ist schon mal reingekommen weg. Oh mein Gott. Ich hab noch nie Donkey Kong in diesem Spiel gesehen. Er wirkt sehr schwerfällig so. Aber er hat so einen hübschen Teil. Das muss man auch appreciaten. Kirby macht ganz schön banal. Dafür dass es so ein kleines Viehchen ist. Aber der ist eigentlich nicht so gut. Er hat Kirby eigentlich schlecht, ich glaube nicht. Oder? Kirby ist ein Geschlechtsvertrag. Kirby ist they them. Kirby ist einfach nur Kirby. Kirby muss nichts anderes sein. Donkey Kong kriegt ganz schön aufs Maul, muss man sagen. von dem kleinen Kirby. Kirby freut sich. So läuft der Commentary jetzt. Ihr müsst euch überlegen, ob ich's wollt. Kirby ist on fire, literally. Und der Donkey Kong probiert viel. Aber irgendwie klappt nicht so viel. Muss man auch sagen. Also immer mal klappt man. Es klappt auch ein bisschen was. Irgendwie entweder klitscht es oder Donkey Kong ist zu schnell für die Kamera. Ja. So bewegt sich schneller, dass man die Bewegungen positiv nicht merken kann. Ja, das ist wirklich so. Oh wow. Oh wow. Jetzt hat Kirby ganz schön aufs Maul gekommen. Klein Kirby. Das ist dann doch wieder so eine David und Poliath Geschichte. Irgendwie tut's einem dann noch ein bisschen rein. Aber Kirby führt nicht. Kirby führt? Das ist absolut richtig, ja. Aber ich finde immer, wenn Kirby da jetzt so ein bisschen passieren muss, dann sieht das auch besonders schön aus. Kirby fliegt halt ziemlich schnell weg. Jetzt ruhig. Oh, aber nicht. Lebt noch. Kirby sing. Im Westen ist Kirby nicht. In Japan wurde das nie zugeordnet. Ja, offensichtlich. Das finde ich gut, dass es nicht zugeordnet wurde. Ist auch Quatsch. Bei einer Mundkugel mit zwei niedlichen Schuhen dran, braucht man auch keine Geschlechtszäure. Ich meine, nur vier. Donkey Kong hingegen hat einen Schlips bekommen. Das kann man jetzt finden, wie man will. Das könnte aber auch so ein Poioniersheiztuch sein. Vielleicht ist Donkey Kong einfach auch stabiler Kommunist. Donkey Kong ist männlich, das weiß ich. Ja. Aber Kirby kriegt gar nicht ganz schön Fies aufs Maul, oder? Ah, irgendwie fühlt es mir auch ein bisschen wieder leid für diese kleine, große Kugel mit niedrigen roten Schuhen. Ich glaube, langsam war es das, oder? Ich habe das Gefühl, dass wir Donkey Kong noch zweimal machen und irgendwann wäre es dann so wie, okay, jetzt reicht es langsam. Und Dennis ärgert sich, dass er nicht mehr so leise zu bouncen kann. Wie Piech das auch macht? Keine Booty Bounce. Keine Booty Bounce ist mehr für Dennis. Oh! Der sieht aber ganz anders aus. Einmal, okay. Dafür kommen halt auch was für Business. Wir haben wieder eingenullt. Und wie viel hat der Teller gewogen? Für die Twitter-Interessante. Avril Lavigne hat auch eine Krawatte. Absolut richtig. Da sind auf jeden Fall die Gender Norms ausgedribbelt. Bei Avril Lavigne. Krawatte hat nichts mit Geschlechtszentrales. Aber Jonas, der Mann mit den Insider-Infos, hat uns gerade gesteckt, dass Donkey Kong Deppens hieß. Seit dessen ist es nach auf jeden Fall männlich. Kirby ist mit 16% und zwei Stocks. Oder Leben. Ja, Leben darf ich aber nicht sagen, weil das liegt wie so ein Blut. Ich will das für das coole Wort sagen. Zwei Aktien. Kirby ist mit nur 85% und zwei Stocks absolut in Führung. Donkey Kong muss sich ein bisschen zusammenreißen, damit es noch was wird. Er macht viel, aber nicht so viel effektive Sachen. Es ist eine Luftgedrehe, ich verstehe es nicht. Kirby hingegen ganz gelassen. Der runde Körper setzt seine Schläge präzise ein und die kommen dann auch nochmal. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Langsam sieht es nicht mehr so gut aus wie Kirby, aber immer noch in Führung. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich finde es sehr cool, dass er diese Charaktere gewählt hat. Ja, also von mir aus darfst du nochmal wechseln. Aber... Kannst du mal Pikachu spielen? Ja, ich will. Okay. Oh ja! Ja. 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 Ja, das ist der beste Mann hier, der verantwortlich ist, dass der Stream so geil läuft, wie er läuft, so viel an Infos innerhalb von Sekunden hier ist, als wäre das wie so ein Premium-Turnier. Ist es ja auch. Ist es ja auch. Seit 100 Jahren gibt es dieses Turnier, wissen viele sehr... Das beste Turnier in Deutschland. Das beste Turnier in Deutschland ist Yedo. Er steht seit 100 Jahren in der gleichen Location. Audio is popping. Freut mich. Wir sehen übrigens hier gerade Leute mit all ihren Secondaries, mit den Secondaries der Secondaries quasi. Wir sehen Konsti, der einfach schon mit Fedora spielt, was so süß ist. Und dann sehen wir Jan Ulrich, aka Jenny Wuhn-Könselberg, der, ich weiß nicht, welcher? Schick. Schick. Schick spielt. Zu der ich nichts sagen kann. Das ist in Wirklichkeit Prinzessin Zelda. Oh, das ist Zelda. Ja. Oh, hi. Sie kann sich von dem Spiel, von dem Spiel halt, hat sie mich verkleidet. Sie hat sich von dem Spiel, würde ich irgendwie auch machen. Also sie hat mich verkleidet, ja. Ja, okay. Also kommt quasi Dennis nach wie vor über seine Prinzessin. Ja. Finde ich irgendwie auch stabil. Was sieht, das kann man fragen, ich finde, was aber auf dem taktischen Ruf. Vielleicht wollte er, dass Zelda sich in falscher Gewissheit wiegt und die Sachen ein bisschen wieder ausgeglichener. Das wissen wir jetzt bei quasi ausgeglichenen Stats. Und ich finde irgendwie, dass dieser dinge, kleine Pekatschuh, das sieht auch extrem niedlich aus, oder? Nicht so einen kleinen Hut. Ich finde, das ist so. Ich finde halt schade, dass Pikachu nicht mal so dick ist. Ich finde, das ist so. Ich finde, das ist so. Das war das. Konsti ist nach wie vor auf ein faires Spiel bedacht. Das muss sehr ausgeglichen sein. Wenn Dennis ein Leben verliert, dann springe ich auch runter. Schied macht irgendwie Sinn. Aber fliegt auch viel durch die Luft. Muss man jetzt einfach mal so sagen. Aber das könnte es auch gewesen sein, mit ein bisschen Pech. Das war's. Der war auf jeden Fall verdient. Das war ein Klipwert. Das war ein Klipwert. So, jetzt muss ich kurz die nochmal anstrengen. Musiker gerade. 2 zu 2, oder? 2 zu 0 steht's drauf. 2 zu 0 steht's drauf. 2 zu 0 steht's drauf. Es steht 2 zu 0 für Dennis. Konsti hat noch eine Chance. Sonst ist das Ganze jetzt hier durch. Aber die Rotaten haben wir ausprobiert bekommen. Kannst du mein Letter mit einfach? Jetzt spielen zwei völlig unterschiedliche Charaktere. Wir haben jetzt einmal diese Space Agent und dann haben wir Mar. Space Agent, nice. Wie heißt die? Samos. Samos. Oha. Ich hab 3-0 gemacht. Ich würde sagen, dass Konsti Mar spielt, weil Konsti meistens grün wählt. Aber ich weiß es gerade nicht, weil ich es nicht sehen kann. Ähm, außerdem hat irgendwie, hat Dennis das für die weiblichen Charaktere, was ich irgendwie auch, ich rechne es ihm auch irgendwie hoch an. Ist das auch eine Prinzessin? Können wir hier ein Muster erkennen? Wie heißt sie sowas wie eine Prinzessin? Hat sie irgendwie Royalty-Status? Naja, ich glaub nicht. Wir haben einen Bounty am Tag also. Einen Bounty hatte, das meinte ich. Das ging nicht so nach Royalty-Status. Ich dachte, dass Dennis das jetzt nur irgendwie Königshäuser spielt. Dated. 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 Auch das. Potentially. Das wissen wir nicht. Aber in dem Fall meinte ich. Das werden wir ihm nach dem Spiel fragen. Gesamte Fragen nach dem Spiel. Es sieht diesmal deutlich besser aus für Konsti, er hat sich ein bisschen wieder zusammengerissen. Er wusste, dass jetzt das Spiel, was entscheidet, ob er weitere Spiele mitspielen darf. Ob er es weiter möchte. Und er hat sich für Marth entschieden und spielt gegen... Samos. Samos? Samos, so wie diese Insel. Samos. Ich glaub das wird ein Parkstab mit O. geschehen, ne? Ja. Mit O. Ah. Aber kannst du es überhalten. Er hat noch gar keinen Bock. Ich habe heute gelernt, dass es Marth immer sehr sehr gut sein soll, wenn man unter dem Gegner ist, und nicht über dem Gegner. Samos. Samos. Dennis, datest du nur Menschen aus Adelshäusern? Haben wir uns gerade gefragt, haben ich in der Chat uns gerade gefragt. Ja. Ja. Ich bin auch nie in meinem Leben so nicht eine Person auf den Adels aufgeladen. Also ja. Ja. Dennis sagt ja. Und ich bin in der Chat, oder? Ja, war ich zu laut. Ja, ich bin in der Chat. Ja. Mega gut. Mensch, Jonas, wirklich. Müssen wir richtig hinterher. Was cool. Wir sehen jetzt hier Fox gegen Falco. Wahrscheinlich spielt Constance Falco, um alle zu verwirren. Evil Constance quasi. Das ist ja sein Hass-Match. Ja, genau, du weißt. Deswegen ja. Das ist Evil Constance. Und Dennis hat den weiblichen Adelscharakteren ein bisschen unten gedreht. Gekehrt. Spielt aber wenigstens stilerecht im Gender Neutral Pink. Das finde ich gut. Fliele. Mehr Fliele. Fliele. Gut, dass Dennis redet während er spielt. Naja, für Constance reicht's, ne? Ja, das ist ja. Mir geht's. Ja. 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 Na ja, ich bin auf. Na ja. Ja. Ja, das sieht so aus, als wäre es das jetzt gleich im Wesenjahres. Ja, ich habe keinen. Kann man sehen, ob jemand neu ist? Wahrscheinlich ist niemand neu. Trotzdem noch heute ist es für alle so zum Bitschneiden. Wir sehen gerade, Konterz der Sommer, a.k.a. Konsti, gegen Jan Ulrich, a.k.a. Dennis. Sie spielen Leder gegeneinander und beide Secondary Charaktere und das schon seit dem vierten Spiel jetzt mittlerweile. Deswegen Konsti mit Falko und Dennis mit Fox und es steht 2 zu 1 für Jan Ulrich, sodass sich jetzt das letzte Spiel entscheidet, ob es noch ein Entscheidungsspiel geben wird oder ob Dennis das mit den Secondaries nach Hause fährt. Das war schön. Wie sie es nach unten kommt, denkst du, das ist neis. Gott, ich hasse das. Ja, das ist nicht schlimm. Ja, aber es ist nicht schlimm. Okay, es gibt ein Entscheidungsmatch. Das ist jetzt 2 zu 2. Die Frage ist, wo spielen sie jetzt weiter mit Secondaries oder spielen sie jetzt ihre Mains? Dennis ist überlegt worden. Dennis ist noch ein Überleg. Oh, falsch. Ah, krass. Die switchen die Kartere. Jetzt spielt diesmal komplett alles anderes als vorher. Jakubi spielt zum ersten Mal auch... Spielt... Hä? Dennis spielt jetzt Falco. Dennis spielt Falco und eben grün? Ja. Aber Dennis spielt eh Falco und grün. Dennis spielt eigentlich fast nie Falco. Und vor allem nie grün. Außer mit Peach, da spielt er mein Kassel. Das ist ja. Und Consi spielt den Fox, das habe ich auch noch nie gesehen, glaube ich. Andererseits hat Consi bisher nur Charaktere gespielt, die ich noch nie kann mit dem Film sehen. Also von daher... Aber irgendwie wirkt es auch ein bisschen... Es hätten beide wieder ein bisschen Spaß an diesem Spiel gerade. Bisschen random wird das, ich finde es gut. Hüpfer. Ja. Hüpfer holt mich nach Leather. Ja, wir gerade. Consi und Dennis spielen gerade auf Stream Leather. Schweres Ergebnis... Es ist ein 2 zu 2 für Kassel. Na? 2 zu 3. Hier. Ja, ich habe Bescheid. Warnung für Banada. Warnung für Banada. Ja, ich habe Bescheid. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Du hast mich auf Check-In gedrückt. Was? Wahrscheinlich nicht. Nee, du hast mich auf Check-In gedrückt. Was? Du wichst. Ich hatte halt vorher auf Check-In gedrückt, als ich gegen meinen eigenen Gegend spielte. Nee, jetzt auch so. Warte, ich stelle es mal ein, dass man nicht vorher sieht, wenn man spielt. Das ist so. Das ist so. Ja. 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 Ne. Ne. Ich bringe auch nicht. Asta folgt Segel. Reichlich spät. Reichlich spät, Asta. Du hast mich? Bist du da? Aber besser spät als nicht. Einen Saft? Mann, Mann, Mann. Aber Junge, okay. Ich konnte das nicht mehr machen. Das war zwei. Ich mach beide spielen. Ich kann nicht mehr sparen. Äh, null. Ja, ich kann nicht mehr sparen. Vielen Dank. 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 Nein. Ich habe keine Ahnung, wie ich in dem Spiel bin. Ich bin Jones. Oh, sorry. Wo ist Jonas? Das war kein Order. Ich glaube, ich kann nur Sekunde weg. Ich warte mal, mein Match. Hast du schon rein? Ja, you call it safe. Ich muss ja noch nach unten fahren. Ich hoffe, es ist ja auch immer noch schlecht. Wo warst du? Hot Sum. Oh, jetzt nochmal. Du wirst auch in Hot Sum. Jawohl, ja, safe. Hot Sum Gang. Ich wohne in Hot Sum Gang. Medlitzer Kanteflikt. Medlitzer Straße, ja. Da wo Sie von uns rumwunden, geht es nicht um Text. Ja, ich wohne direkt am Main-Brain. Ja, okay, also West. Ja, normal. Wenn man West durchfahren kann, dann ist es okay. Aber es ist auch halb 20, wir brauchen 25 Minuten. Komm hier zu Hause zum Bahnhof. Zum Bahnhof. Danke. Und was das heißt, ist, dass die... Ja, es ist nicht mehr. Ja, es ist nicht mehr. Wie sieht nach groß aus. Ja, das ist fängig. Ja, aber leistens, wie man herkommt. Ja, sehr cool. Bis nächste Woche. 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 Bis neben 100. Ja, nee, nächste Woche. Wollt ihr das Besten? Nächste Woche, ich auch jeden Fall. Gebt mir mit, und wird dann mit deinem Handy besten filmen. Sehr cool. Ich glaube, das freut mich alle. Also was ist immer noch ein bisschen lauter, aber das ist irgendwie auch da gut. Cool, dann bis nächste Woche. Das war ganz schlecht. Bis Neno. Jojo führt gerade in der Kampus. Jojo führt, ja. Mit 2-0. Mit 2-0. Jetzt spielt Konzi gegen Dennis. Aber Dennis spielt tatsächlich sein Maiden. Muss man ja auch sehen. Konzi, warte mal. Ist das nur 2-2? Ne, das war das letzte Spiel. 100 Jahre Geno. Vor allem 100 Jahre gibt es auch unendlich lang. Und so Eltern und Brot. Und 100 Jahre ist halt, wenn man jede Woche spielen würde, ungefähr 2 Jahre. Das ist schön, das ist schon cool. Aber das ist schon sehr cool. Ja, hey, bist du durch? Wie hast du ihn gespielt? Ich hab äh... Du hast so viel gespielt. Du hast so viel... Ja, aber mein Name ist auch hier. Wie hast du ihn gespielt? Und... Einmal Knochen, ne? Ähm, am ersten gehen wir... Ich muss sagen, für mich als absoluter Nicht-Kenner dieses Spiels und Nicht-Spieler dieses Spiels ist das meine Lieblingsstage. Da muss man mich drauf achten auf irgendeinen Wind oder auf irgendeine Wolke an der Seite noch was macht. Es gibt keine Plattform, es gibt nichts, es ist einfach nur ein Station. Das finde ich extrem entspannend. Ich finde als Plattform richtig. Ich mag kein Plattform. Ich muss sagen, die zweimal, dass ich das jetzt so was wie gespielt habe, fand ich es extrem verwirrend. Aber ich meine auch schon zum Zugang, verstehe ich manchmal auch nicht so ganz, was Plattformen die für Vorteile machen. Deswegen finde ich es so angelegend. Aber weswegen macht Plattformen? Naja, es gibt halt Strategien, die man an Plattformen zum Beispiel dann runter geht und dann anpacken macht, weil das Plattform rauskommt. Zum Beispiel, wenn man auf dem Schild ist, kann man so eine Überlegung machen, dass man dann runter geht. Ja, ja, ja. Ich glaube, ich habe schon wieder mit mir. Hilft doch nix. Ne. ếm Ja, ich habe schon noch nicht gek counselors, Radinze. Ich habe schon einen Tatsang, weil es niin,ado. Wenn ihr ihn wirklichарisch gemacht habt, Flüchtling ist ein bisschen. Folendbuchst Sånt Ich finde auch lustig, dass erst mal Juggle gegangen ist und gleich wieder mit dem Mercedes um ihn zuzugucken. Guckt er mit zu? Juggle? Bist du da? Schreib's in den Chat. Aber wenn ich nicht verstanden habe, kommt ja der Freundin heute aus Hamburg. Da will man vielleicht auch zuhause sein. Sitz am Handy. Okay. Fair. Du konntest auch am Handy hier sitzen. Ihr holt Brote. Okay. Okay. Heißt ja, ist ja was ganz anderes als Jonas gesagt hat. Es ist ja gar nicht so, als würdest du die jetzt tatsächlich im Chat hängen. Okay. Direkt Time Out. Wenn du ganz cool bist, von der Plastik ansprechen, quasi dritter Jum, ganz vereinfacht gesagt. Okay. Sitze. Im Handy im Baden. Ganz Sitze hier. Was? Was? Sitze am Handy im Baden. Okay. Aber da steht ganz Sitze hier vor dem Brot. Ne, ganz treifach gemacht. Ach. Das Ganze. Ich habe immer nur die ersten Worte gelesen und alles so. Was will der denn, Alter? Okay. Das ist absolut meine Schuld. Alter. Ja, jetzt habe ich es. Ich habe es jetzt gecheckt. Aber ich fand deinen Kuss mal, den finde ich auch. Oh, Peach hat sich mal wieder schön gemacht. Finde ich aber auch wichtig. Oh. Ich habe nur überlegt, dass ich so. Jetzt! Jetzt! Hast du denn gerade so einen Handrückenschlag verpasst? Macht ihr das manchmal? Geil! Das finde ich ein bisschen geil mehr. Ich glaube, ich würde auch gut spielen. Aber es ist eigentlich ziemlich schwer zu sagen. Oh, ja, das war kein Ernsthaftes, das war nur so ein, ich fände den Weib gut, nicht so wie das Deutsche. Ich würde sagen, ich verstehe Foxes Ability, sich immer mit so einem Power-Feuer-Stoß wieder aus dem wirklichen Nirvana wieder zurückzuschießen, das verstehe ich manchmal. Ja, das geht ja auch mit dem Feiermaß. Und da muss man in Richtung zeigen, wo der... Ja, und da sieht ja was der Leib. Ja, viel weiter aus der Leib. Kannst du mir auch mal ein bisschen... Ich finde, wir sollten sie führen. Oh, das war fiesig. Da hat sie sich gerade so mit dem Schirm lang gestreckt und quasi so, nee, verpiss dich. Und dann, naja, musste sie halt gehen. Ich habe das Gefühl, spätestens ab jetzt gibt es alles so ein Mad Bright Vibe irgendwie, ne? So ein bisschen... Es wirkt so ein bisschen aufgebracht. Mit so vielen Rüben und so. Aber komm, sie gibt dir noch eine Chance. Er sagt, komm, wenn es sonst nichts ist. Ich glaube, mir ist noch nie aufgefallen, dass sich der Hintergrund so krass erinnert, wenn der Platt war. Oder ist das neu? Das ist bei der immer. Das ist bei der immer. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ich könnte schwören, dass es heute zum ersten Mal so ist. Es ist halt manchmal auch richtig, wenn man schwer macht, wenn man das nicht sieht. Ui! Das war's tatsächlich schon. Schon eigentlich. Schon eigentlich. Wie war das? 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 Ich hab's vorher gesehen, dass es Madity hat. Ja? Ich hab's vorher gesehen, dass es Madity hat. Ich hab's gerade in YouTube und es hab ich gesehen. Wahrscheinlich besuchen wir uns das. Madity, wir müssen hier... Bananen, Marmalade! Badity, wir brauchen auch streamspiel. Ich kann's auch kauen. Ja, ja. Das finde ich spannend. Man, ich spiele über diesen Doppelcharakter. Ja. Und ich muss sagen, ich finde den... Was? Saft ist ein Command? Ist Saft ein Command? Nein. Können wir Saft ein Command machen? Das kann ich machen, ja. Ja? Kann der gesamte Tweeter kommen? Ich kann das auch auf dem Tweet, kann ich nicht machen. Wie gesagt? Auf dem... Nee, nicht den Link zum Tweet, sondern der Text vom... Nee, ich brauche noch den Text. Ja. Das wäre geil. Das kann ich so auch machen. Geil. Ich glaube, das fand ich sehr cool. Man könnte auch... Man könnte auch... Man könnte auch... Sap wäre nur Mann, Mann, Mann und man müsste was anderes eingeben für... 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 Es sei nicht beides zu... Steht es 3 zu 0 für Mali? Ja. Und warum hat Mali da dieses 1 zu 2 und... hat es ihm gelebt? Ja. Deniz arbeitet Mardy präzise zu den Liegesitzen. Und das schafft er nicht? Das sieht schwer aus. 111% zu 0, da sind die Liegesitze gegangen. Oh, aber auf der Anzeige sind es 3-3 und bei dir sind es 2-4. Das sind die Prozentpunkte. Aber daneben sind 3 Stocks und noch mal 3 Stocks. Und bei deiner Anzeige sind es nur 3. Genau, 3 und 3. Und da unten steht 4 und 2, oder? Achso, ne, das sind welche Portsen. Also, wo der Kontrollamt ist. Ich dachte, es hat mal kurz gestimmt, sorry. Ich bin nicht da. Warte auf der Kiste. Ich bin nicht da. Und ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Aber der eine ist schon tot und damit ist er halb so gut in der Phase, muss man sagen. Wenn ich sogar schlechter bin. Wenn ich sogar schlechter als halb so gut. Ist das so? Ja. Oh. Aber andererseits hat Dennis jetzt auch ganz schön vorlaufen. Er hat die Gassen gegen Kopsi gespielt. Dennis ist richtig heiß, aber auch so ein bisschen entspannt. Dennis hat so dieses, was soll mir heute noch passieren entspannungs-Ding. Boah. Das merkt man. Kopsi hingegen. Oh. Maxi spielt gegen Kopsi. Für die Euro gerade. Das wäre eigentlich auch ein interessantes Mensch. Ich finde nämlich, dass Maxi und Yo. Also wenn ich das jetzt aus meiner Noob-Seite heraus bewerten darf. Sind das beides extrem variabend viele. Ich habe sowohl Maxi als auch Yo-Yo schon richtig krass umspielen sehen. Aber Yo-Yo ist noch ein bisschen schlechter. Yo-Yo ist schlechter als Maxi. Hatte ich auch so in Erinnerung. Aber manchmal habe ich das Gefühl, Yo-Yo ist sowas ungesiegbares. Zumindest so für 10 Minuten. Ja. Und dann ist er wieder. Aber ich habe gar keine Ahnung. Aber es sieht jetzt manchmal aus. Und deswegen kriege ich das eigentlich cooles Mädchen. Und deswegen kriege ich das eigentlich cooles Mädchen. da ist jetzt so ein bisschen besser. Ich habe das eigentlich mal kurz gesagt. Ich habe mich nicht im Kopf geklappt. Und dann ist das echt nicht so krass. Also die andere Sachen. Und dann ist das nicht so krass. das aber passt uns auch noch ein bisschen anders aus so Schatt, wer ist denn von euch noch alles da? der Bescheidwisser der Bescheidwisser, den kenne ich aus dem anderen Schatt der Bescheidwisserergebnis zu reporten 3-1 für Moin Jojo? Jojo hat 3-1 gewonnen, geil das ist französisch, die hat die Jojo-Monsters ich habe euch zwei als Chaosplayer gezeigt ihr seid etwas falsch ich so ein Chaosplayer, ne? naja, so im Sinne von manchmal habe ich das Gefühl, ihr seid unten zum Körper und dann wieder nicht so ja, das gefühlt habe ich auch aber ich will auch eines essen häufiger Regel zu zweit ja ja manchmal gibt es ein anderer, wie wir es sehen neu was? ich habe jedes Mal drei ganz auf Kraut du sagst, du warst meine Fans, Kraut? ganz nah ernst fürosaic aber die ich doch ach ja Aber jetzt war es jetzt mit Dennis wieder, wie es sich gehört hat. Oh, wie ist sie doch warm. Ich muss sagen, ich glaube, das Gelbe bleibt nicht am Sinn. Es gibt nur so ein bisschen Welf. Mach ein bisschen der Chat so ruhig. Entweder sind wir nicht spannend genug oder es ist keiner mehr da. Acht Zuschauer. Acht Zuschauer. Ich glaube, das sind einfach alle, die jemals geschehen haben. Acht Zuschauer. Ich finde, da könnte mindestens eine Person mal so reinschreiben, und sagen, hey, ich bin noch da und schlafe noch nicht. Fände ich fair, aber... Für die Fans. Für die Fans. Wisst ihr schon, dass nächste Woche Jedo 100 Jahre alt ist? Jedo 100 Jahre, viele wissen es nicht. Aber es ist da. Warum hat Dennis dann 100 Jahre? Völlig verwirrend, ne? So viele Jahre gibt es doch noch nichts. So viele Jahre gibt es noch gar nicht. 100 Jahre erst. 100 Jahre erst. 100 Jahre erst. 100 Jahre erst. Oh, okay. Das glaube ich jetzt. Ich habe heute einen Gifted-Zart für K.P. gekauft. Dennis hat nämlich in vier Jahren angefangen, Jedo zu spielen, und seitdem gibt es dieses Spiel. Dennis hat vier Jahre Jedo erfunden. Dennis hat in vier Jahren Jedo erfunden. Dennis hat in vier Jahren Jedo erfunden. Und für so einen Vorwärtsjährigen macht er eine ziemlich gute Figur auf das Stage. Wie heißt dieses Stage? Schöne Sound noch. Nein, Feinde des Läschen. Das ist Feinde des Läschen. Ja, okay. Das sieht doch aus wie ein Feinde des Läschen. Das habe ich die meisten Prozessen. Das ist die Endstadt. Danke, danke. Die Endstadt zu nehmen. Danke, danke. Oh, du hast, warte ich? Ja. Du hast weihnachtliche Oben nur. Kannst du welche dir empfehlen? Ja. Ich mache schon. Ich habe schon angefangen, ja. Danke. Das ist auch bald. Nur ein bisschen. Warte. So. Oh. Musst du den neu stecken? Ich muss ja beide so ein bisschen gut im Blick äußern. Steht? Ja? Also tatsächlich vor so einem Monat habe ich beide mal gestopfen. Ja, ich stecke mir die jedes Mal neu. Ja. Aber links ist gerade hartnäckiger als rechts. Rechts geht eigentlich voll gut. Links tut erstens mehr weh. Und zweitens habe ich da irgendwie vorgestern noch durchgestopfen. Ja. Das kenne ich. Ich habe durchgestopfen. Und das ging nur halb durch. Ja. Und dann musste ich nochmal durchgehen. Ich habe so ganz bierre kleine Milchschalen, oder ne? Die trage ich nur. Die trage ich nur noch, wenn ich meine Brücke hier gerade neu gestopfen habe. Und dann die Brücke, die ich eigentlich gerade rauslege, was wir jetzt wirklich los sind. Ja. Und dann darf es diese kleinen Milchalenstecker sein. Die dann so dafür da sind, weiter mit dem Durchgang offen zu halten. Ja. 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 Das sind eher so Ecken oder sowas. Und die Wickel zu schlafen oder sowas drin lassen. Ja. Genau. Und deshalb habe ich mir die gekauft. Damit ich welche habe, die ich immer tragen kann. Ja. Und jetzt zur Weihnachtszeit passen Sie sehr gut. Sehr gut. Ich habe auch ein Geschenk. Eine Tante und die Zuckerstange. Geschenk, Tante und die Zuckerstange? Ja. Beides für beide Seiten? Ja. Ja. Dann würdest du mich... Ja, dann würdest du auf einer Seite... Wenn ich das andere geschenkt habe... Ja, stimmt. Dann habe ich einen Tante und so. Das habe ich noch nicht gemacht bisher. Siehst du? Fächtest du beide? Ja. Ich hätte so coole Flamingo bekommen. Dann habe ich auch verloren. So eine Woche nachdem ich sie gekauft habe. Das ist tragisch. Das stimmt so echt. Als ihr bei dem Turnier wart? Bei dem Turnier? Ja. Vor einem Monat oder so. Es kommt mir ewig her. Es gab zwei. Das stimmt, ja. Aber bei einem waren nicht alle von euch dabei. Das war nur mein erster. Ja. Aber bei einem waren nicht alle von euch dabei. Ich wollte, da hatten wir ja sie hier noch hinten vor der Sprache. Nee. Das erste war ganz kurz, bevor ich sie ins Internet haben gekommen bin. Ich weiß, ich habe euch einmal am Donnerstag hier spielen sollen. Dann habe ich dieses am Donnerstag dieses Kamillepunkt und ich war komplett überkommen. Das war auch sehr lustig. Ja. Selben. Ich habe so Hunger. Ja. Jonas hast du mir schon eingepackt? Ja. Habe ich schon eingekommen. Ich habe vorhin ein Dürcher gefüllt. Du hättest mir in den Hafen gefüllt. Ich habe dann irgendwann nicht mehr nichts gehabt. Ja. Ich habe heute wieder in der Mensa ordentlich Essen eingepackt. Ja. Das ist jetzt mein Frühstück. Das ist jetzt nach Hause. Ja. 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 Finn war Resilien ab. Ja. 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 Fast. avor. Ich glaube, die möchten überhaupt irgendwas, haben wir das Mikrofon kaputt? Nein, wir haben noch voll viel gesagt, ich habe ganz viel erzählt. Aber habt ihr es repariert oder ist es immer noch kaputt? Keine Ahnung, gucke ich mal das Auge. Achso, ich habe gesagt, es muss einfach nicht gemacht werden. Geil. Du bist künftig, Dennis. Ja, weil mein eine Setting Solid Smoke nicht zählt. Und zweimal gegen Kanse verloren. Das ist aber auch hart. Warum hat die gerade zweimal gegeneinander gespielt? Ja, weil es kein Timer dazwischen war. Papier ist ein Timer. Aber wenn man sehen, dass der jetzt schon schöner heißt, dann ist es nicht mehr. Ich habe gerade gesehen, wie die Mali ist. Das ist sehr gut. Ja, deutlich wie die Welt. Das war zu viel. Das war zu viel. Nicht rushen. Jetzt nehmen wir Maxi gegen Mali. Ich glaube, das war heute im Racket... Er war fleißig im Dreißigen. Aber Mali hat... Also sein bestes Upset, was er gemacht hat in der Saison, ist tatsächlich gegen Maxi. Er hat 3-2 gegen Monball gespielt. Und ja... Aber Maxi ist ja dazu. Das soll offenbar nicht nochmal passieren. Aber keine Liegestütze. Nein, keine Liegestütze. Ja, ich meine, Maxi wurde... Oh! Maxi ist... Das ist ja... Wenn jetzt der Super-Soko kommt, Alter... Achso, ja... Danke. Danke. Danke sehr. Die Eisclein war es die beiden Charaktere. Das sind... Das ist ein Liebespaar. Nana und Pobo. Nana und Pobo. Nana und Pobo. Und man kontrolliert in... Also es gibt vier Kostüme. Man kann immer nur Pobo-Kontrollieren. Nee, es gibt vier Kostüme. Man hat Nana und zweitens Kostüme. Ach, das wusste ich nicht. Ja, ja. Das wusste ich nicht. Das ist ja wunderschön. Haben unterschiedliche Eigenschaften? Exakt identisch und dass Nana immer sechs Frames später alles macht. Nein, aber ich meine, wenn man jetzt Pogo spielt, dann macht Nana alles so ein bisschen nach. Wenn man aber Nana spielt, ist es tatsächlich recht egal, ob es ein Soko oder ein Sona ist. Genau, es ist eine kosmetische Entscheidung, wie der Spieler vor dem Letzschrift. Die nichts ändern an dem Ausgang des Games. Oh, das war sehr schön. Ja, das war so ein wichtiges Leben. Ich bin das Vorletzte, das tut auch anders. Meinst du, der Lindestock ist ja der Schadeste? Ja. Warum willst du denn wieder einen Schuh zahlen dafür? Es war leer, bevor alle so böse gucken. Warum wird Maxi gar zu zerstört? Allein ist bekannt, dass ich ihn da. Ich glaube, Maxi spielt ohne Kopfhörer, das ist natürlich sehr ungewöhnlich. Und wir reden sehr, sehr viel Ablenkungsweise. Oh, er kriegt den Hand-Off nicht aus. Ich glaube, wir sollten einfach nicht spielen. Wir reden wollen. Okay. Lefouzi, Maxi, Lefouzi. Hör auf da, Lefouzi. Boah. Der Spieler auf der rechten Seite. Der Spieler mit dem roten. Jetzt, alle vor allem rein, Jungs. Der Einer... Ich will nicht sagen, welcher Spieler, aber einer von den beiden liegt ganz schön hin. Der hat dessen Namen nicht genannt, ganz klar. Also es gibt auf jeden Fall einen Spieler hier im Haus, der gerade ein Match verloren hat. Ich will nicht sagen, wer. Ich bin heute schwierig zu sehr ablenken, aber es lief auf jeden Fall für einen der beiden Spieler schon mal besser, für den anderen aber auch schon mal schlechter. Ich denke, wir kommen hier auf einen 50-50-Split. Ja, genau. Maxi, ganz wippelst du deine Kopfbüro wieder aus? Das Problem ist halt, wenn wir das so machen. Der unter aller Wohl. Wenn wir das so machen, dass Maxi ja noch abgelenkt hat, weil er die ganze Zeit probiert herausfinden, ob wir über ihn oder über Marley gehen, weil er muss ja dekodieren auch noch. Er muss dechiffrieren fast sogar schon. Einfach alles in den Chat. Der Spieler, der am Anfang großer ist. Ich dachte, ist der Schuss. Oh! Einer der beiden hat gerade einen schönen Schein-Spiel gemacht, und der andere spielt nicht Fox. Was ist eigentlich der Konzi? Weißt du, was hier passiert? Äh, nicht so gut an Konzi so scheiße vor Ort ist. Oh, stimmt. Das ist aber so. Ich glaube, du hast dir da schon durchaus, äh... Drei Schein mit Leuten durchaus mehr als eins. Du hast ja gerade durchaus eine mathematische Stahlmitte anbietet. Da kann hier eigentlich keiner dazu sagen. Da kann man nicht viel sagen. In drei Karrierenzahlen ist das relativ eindeutig. Einerseits in diesem Match, wo man... Es wäre echt schade, wenn der Spieler auf der rechten Seite ein Lash-Dash da kacken würde. Oh, ein Südisch-West-Lash-Dash. Das ist so unfair. Wir reden jetzt normal über dieses Match. Wirklich? Na ja, also... Normal. Ich habe schon relativ normal über das Match geredet. Nein, sie schon. Allein hat Foxy immer noch reagiert. Okay. Wir müssen hier keine Wahl. Drei und zwei für Bananen. Oh. Headfucked, Conce. Krass. Ich wollte es schon sagen. Dein Foxy ist besser als der Kalken. Aber offensichtlich nicht. Das ist die einzige Überlegende. Okay. Irgendwie aber auch, Leather zu spielen. Passel, Leather. So, so richtig. Concey verliert einen Menschen so. Ich hoffe auch. Das war's. Das reicht. Boom. Doppelhammer. Nein, Mann. Nein, Mann. Das ist ein Mensch. Buh. Wie bitte? Und du meinst nicht, ich sollte weiter lieber Samus spielen, als das andere Kumpel? Ja, Samus. Ey, also auf ne Art solltest du auf jeden Fall machen, was dir auf lange Sicht am meisten Spaß macht, weil dann bleibst du auch länger am Ball, dann bist du auch motivierter zu grinden und was weiß ich so. Ja, auf jeden Fall. Wenn du das Gefühl hast, dein Misserfolg mit Samus macht dir so wenig Spaß, dass du einen besseren Charakter spielen willst, aber der bessere Charakter dich nicht glücklich macht, dann hilft das auch nicht. Wenn du sagst... Ich sag das, ich war schon vorher und das hat sich Spaß gemacht. Dann, ey... Ich glaube, ich habe nur einen Schein, wo ich bin. Also dann, du kannst natürlich... Also, wie gesagt... Äh, warte mal... Oh, Concey und ich müssen wieder. Wui. Ich sag doch. Banane, ich denke, es ist halt das Wichtigste für Langzeitmotivation, dass du halt vor einem Charakter bleibst und wenn du nicht motiviert bist, weil dir keinen Spaß machen mehr, dann bringt das halt nichts. Also, wenn du jetzt sagst, warte mal, das kommt wirklich an so, aber dann habe ich bessere Ergebnisse im Vielleichten. Ich weiß nicht, ob unsere lange Sicht schon reguliert ist, weißt du? Ja, ne, mach, 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 mach. Ja? Hey, das Spiel da noch. Hallo, Patrick. Ich bin Bananen-Konkelade. Ja, aber wenn ich... Was? 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 Nein! Bin ich nicht! Bin ich für dich! Oh mein Gott! Willst du lieber ein Kals, lieber ein Kals, lieber ein Kals, lieber ein Kals? Sag ganz ehrlich. Kalt? Ich bin für dich. Ich bin für dich. Ich bin für dich. Ich bin für dich. Was? Ich bin für dich. Ich bin für dich. Ich bin für dich. Aber ich will doch ein Ganzes. Ach so, dann bin ich für dich. Da kriegst du ein Teil. Nein! Nein! Was wollt ihr schwingen? Ein Zeichwort! Ein Zeichwort! Mann, Mann, Mann! Mann, 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 Mann! Was spielen wir jetzt? Ja, Konzi, wir spielen jetzt. Konzi muss noch ein Bier trinken. Es steht für Spaß für die ganze Spiel. 1 zu 1. 1 zu 1. Es steht 90 zu 0 für dich. Du wolltest du gar nichts? Ich bin eigentlich quasi ein... Ich muss aber mal sehen, wie es wie schon mal ausgeht. Ein Glas? Er robi in Ordnung... Was ist das? Was ist das? Sorry! Dann kann man zwei nichts von weg und dann esse ich in die Küche. Ich muss die Appile so machen, dass du noch ein Moment machst, wäre gut, wenn ich kann es kommen. Du meinst zum Beispiel die Klappe. Ja! Maxi, mach doch mal das, wo du mit dem Fuß in seinen Kopf, mach auch das mit dem Fuß in seinen Kopf, nein, das war der Schwanz, mach den Ball aus, ja, so, ja, genau so. Heide, kennst du den Ball aus? Nein. Mach mal den Ball aus, wie es entstanden ist, aber es gibt so ein Video, da spielt Michael Ball aus, und der macht irgendwas Gutes. Und dann sagt der Kommentator, ich weiß nicht genau, was er kennt, da sagt er Klasse Ballack, oder er sagt Ballack, Klasse. Klasse Ballack. Jedenfalls, macht der da auch einen Fallruzieren? Ne, der macht einen... Ja, und wenn Box quasi so einen Fallruzieren macht, und der Gegner vor ihm steht, dann ist das stark. Aber wenn der Gegner hinter ihm ist, dann ist das Klasse Ballack. Sieht halt aus wie ein Fallruziert. Ich hab es gebraucht, dass mein Vater das war. Jetzt hau ich mit dem Schwanz! Wo war der Schwanz? Vielen Dank. 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 Hey Maxi, überleg mal, wenn Wobbling legal wäre, dann bist du... Ja, aber genau deswegen... Ja, aber genau deswegen... Ja, aber... Ja, aber... Ja, aber... Ja, aber... Ja... Ja, aber... 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 Ja, ja... Ja, ja... Ja, ja, ja... Ja, ja... Ja, aber... Ja, ja... Ja, ja... Ja, ja... Ja, ja, ja... Ja, ja, ja... 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 Ja... Ja, ja... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020